Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 346. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi, hi. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und wir konnten für heute einen echten Preisträger verpflichten, den Herrn Basti. Gude und Grüße. Es ist eine große Ehre, dass nachdem du mit 93 den Podcastpreis gewonnen hast oder 93 mit dir, das weiß man nicht so genau, du trotzdem dir Zeit für uns nimmst. Ja, selbstverständlich. Man muss immer wissen, wo man herkommt. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Stockballer, an der Stelle. Really down to earth. Ja, wenn einer auf dem Boden geblieben ist, dann ist es Basti. Definitiv. Ja. Und auch lustig, das wäre jetzt hier parallel zu dem Spielströmen, den FC Augsburg gegen irgendeinen Verein hat, dessen Namen ich nicht nennen will. Ja, stimmt. Ich glaube, und das wären die schlechtesten Live-Zahlen, die wir jemals hatten. Die haben definitiv harte Konkurrenz mit uns. Augsburg gegen Leipzig im DFB-Pokal-Viertelfinale. Also beim DFB läuft es allgemein sehr, sehr gut gerade, weil das waren heute zwei hochattraktive Viertelfinals, muss man sagen. Ja. Da sind heute sowieso sehr viele hochattraktive Dinge beim DFB passiert, aber dazu später mehr. Weil es allgemein viel passiert, gell? Heute sind viele Sachen auf einen eingefallen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele, wer das mit euch reden will, ja. Das ist sehr schön, weil ich habe den ganzen Tag irgendwie nichts mitgekriegt, weil ich nur am Arbeiten war. Von daher freue ich mich jetzt von euch über den Tag informiert zu werden. Aber vielleicht sollten wir erst mal mit der aktuellen Information anfangen, dass die Eintracht heute mitgeteilt hat, dass es für das Spiel in Lissabon wieder über 10.000 Ticket-Anfragen gibt. Das wird definitiv ein Jahr der Zuschauerrekorde für die Eintracht. Überraschend wenig. Ja, gut, aber du musst halt auch davon ausgehen, dass du hast halt auch bedeutend weniger Karten, ja. Ja, ja, klar. Auch da auch nochmal Danke an den Menschen, der mich doch mal darauf hingewiesen hat, dass das Stadion mit 66.000 Plätzen gar nicht so klein ist. Da habe ich mich letzte Woche ein bisschen vertan. Ja, aber trotzdem, es ist fast mehr als das Dreifache an Tickets, die da angefragt worden ist, fast das Vierfache. Das ist schon eine ordentliche Quote. Das ist schon geil, wieder 10.000 Leute, 10.000 Verrückte, die Bock haben nach Lissabon zu fahren und sich das halb, äh, Viertelfinale, bald halbviertal kommt da später. Ähm, sich das Viertelfinale geben wollen in einer wunderbaren Stadt, aber ganz ehrlich, das ist halt die Frankfurter Eintracht, ne. Und sobald du gehörst, dass es geht was, ist es was möglich. Wahrscheinlich haben von den 10.000, zumindest 4.000 eh schon die Fahrt gebucht, ja. So ist es, genau. Und kannst davon ausgehen, dass, aber wieder viele leer ausgehen werden, das ist ganz klar. Ob die dann trotzdem irgendwie in der Stadt anzutreffen sind, das müssen wir abwarten. Dennis, seid ihr denn jetzt eigentlich fix? Nein, tatsächlich nein. Es wird wohl nichts werden, leider, leider. Schade. Aber gut, muss man, muss man durch, muss man hoffen, dass man nächstes Mal nach Prag fährt, so ungefähr. Nicht nach London. Zumindest für die Anfahrt wäre das gar nicht, gar nicht so schlecht für die Leute auch. Aber gut, muss man einfach mal abwarten, ne. Also vielleicht ergibt sich noch was, mal abwarten. Tee trinken und hoffentlich noch eine Runde weiterkommen. Aber Leute, man muss natürlich auch sagen, ihr habt es ja schon richtig zusammengefasst, Viertelfinale, richtig geil, richtig geiler Gegner auch. Wird bestimmt eine richtig coole Tour auch. Lissabon lohnt sich ja eh immer für eine Fahrt. Also ich denke, das ist eine richtig geile Sache. Schon mal viel Spaß jedem, der das Vergnügen hat, runterzufahren und dann eventuell auch ins Stadion zu kommen. Nein, das wird bestimmt eine geile Sache. Basti, wie sieht es denn bei dir aus? Ich meine, du kannst ja auch nicht, logischerweise, sind denn deine Eskalateure irgendwie am Start? Vereinzelt. Also es hat sich so ein bisschen aufgesplittet jetzt, weil diese Unsicherheit schon ein bisschen länger gedauert hat und die Kurzfristigkeit jetzt da ist. Ich finde, ich muss dir das recht geben, ich finde 10.000 Bestellungen fast schon ein bisschen wenig. Aber wahrscheinlich hat es auch daran gelegen, dass diese Unsicherheit so lange da war und dass weniger Karten ist und das heißt auch gleichzeitig weniger Hoffnung. Das heißt, es haben wahrscheinlich Leute gelassen, die eh nicht alle Voraussetzungen erfüllen. Das war, glaube ich, bei Mailand anders, weil du einmal noch diese Hoffnung hattest, dass die sich am Ende bewahrheitet hat, dass da immer noch mal mehr Karten dazukommen. Ja, also ich kenne viele, die da hinfahren. Ich kenne auch viele, die schon Karten haben über andere Wege. Also Benfica hat ziemlich viele Mitglieder und die Tickets sind nicht personalisiert. Das heißt, wenn du irgendwie Kontakt mit einem Benfica-Mitglied hast, dann kann der die Karten besorgen. Das haben viele gemacht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Marvin, habe ich da auch nicht weiter nachgefragt, weil ich gar nicht so wollte. Das wäre jetzt gerade, wenn du sowieso weißt, dass du nicht da bist und nicht hin kannst und dann irgendwie auch beim leichten Nachfragen nachher so eine Karte angeboten bekommst, ist, glaube ich, der Frust noch dreimal höher. Ja, Leute. Eine Karte hätte ich auf jeden Fall gekriegt. Das Ding ist halt nur, du willst halt auch nicht diese euphorischen Planungen mitkriegen von den anderen Leuten, wo du denkst, hm, wäre schon geil gewesen. Aber gut, ich bin irgendwie, ignoriere ich es gerade, dass ich nicht da bin. Und lustigerweise ist ein Kumpel von mir, mit dem wir auch in Mailand waren, Marvin wird den kennen, den Chris, der ist tatsächlich lustigerweise ungeplant beim Rückspiel am selben Ort in Miami wie ich. Das heißt, wir können mittags um drei uns irgendwo in eine Strandpause setzen und zumindest, das ist dann nur noch geteiltes Leid. Also darauf freue ich mich sehr. Okay. Kurios Situation. Ich hatte wirklich schon geguckt, wie es mit Direktflügen in Sachen New York bestellte. Habe ich auch geguckt. Und dann ganz ehrlich, da hat es mich ja schon zwischenzeitlich gejuckt, habe dann so einen Direktflug gesehen, New York, Lissabon, der dann auch zur richtigen Zeit ankommen würde, weißt du, und du denkst, oh, 500 Euro ist viel Geld, aber andererseits wäre es fast so viel Geld gewesen, wie was manch anderer Mensch bezahlt hätte eigentlich für eine Fahrt. Also insofern, ich mache es jetzt auch nicht, ich behalte mal kühlen Kopf und gucke mir das dann irgendwie, gerade wenn ich, weil ich um die Uhrzeit dann irgendwie gerade hier in Frankfurt wieder ankomme, gucke ich es mir dann hier an und hoffe halt, dass im Rückspiel sich dann alles entscheidet. So muss es sein. Sehr gut. Sehr gut. Also wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die ein Ticket bekommt und nach Lissabon fahrt, sagt uns mal, wie es war. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine geile Tour. Dann haben wir eine höhere Frage bekommen auf Twitter vom Lilien-Buruse. Und er würde von uns gerne mal unsere Meinung nochmal etwas ausführlicher vielleicht zu der Arbeit von Bobic, wissen nämlich, wie wir die bewerten im Vergleich zur Arbeit von Bruchhagen. Seine Frage lautet genau, hat Bruchhagen den Verein vielleicht jahrelang ausgebremst oder ist das Konzept von Bobic, Leihspieler von Top-Vereinen, einfach so gut? Ich glaube, du kannst nicht sagen, dass er es jahrelang ausgebremst hat. Die letzten zwei, drei Jahre waren halt die letzten zwei, drei Jahre zu viel. Ich glaube, davor lief, können wir Bruchhagen schon ein Stück weit dankbar sein, dass er den Verein in gerade Struktur gebracht hat. Das Problem ist halt einfach, und das hast du bei den meisten Fußballakteuren, dass sie irgendwann nicht mehr das erkennen, dass sie vielleicht nicht mehr am Nabel der Zeit sind. Und das war halt bei Bruchhagen am Ende der Fall. Der hat sich aber auch aktiv dagegen gewehrt hat, um neue Dinge kennenzulernen, was wir ja auch in der Vergangenheit dann schon angemahnt haben. Und das war halt das Problem. Da hätte er eigentlich, andere hätten ihm sagen müssen, hier, jetzt reicht's. Aber er hatte so viel Macht, dass er noch weitererwalten konnte. Also vielleicht würde ich sagen, so die letzten zwei, drei Jahre hat er die Eintracht eher gebremst mit seinem, ja, Fußball-Kulturpessimismus. Aber die ersten Jahre, da muss ich das ganz klar anders bewerten. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, das ist aber nicht unbedingt auch so ein Phänomen, was du nur im Fußball hast, sondern das ist generell so eine Situation, wenn du so Vereins-Verbands-Strukturen hast, wenn Leute ein Amt zu lange begleiten, dass du dann, am Anfang ist das gut, einfach mal so eine neue Perspektive da reinzubringen. Und dass aber irgendwann, wenn die Leute zu lange da im Amt sind, dann hast du so ein bisschen diese Scheuklappen da einfach auf und dann funktioniert dieser Blick nach links und rechts einfach nicht mehr. Und das siehst du ja ganz oft. Das ist schon, René, aber man muss natürlich sagen, bei Bruchhagen war es schon so ein bisschen diese Resignation, ja, du kannst als Eintracht Frankfurt nicht vorne mitspielen und so weiter. Ich denke schon auch, dass das teilweise so ein bisschen der Wille oder die Struktur dann auch gefehlt hat, die wir natürlich mit Bobic bekommen haben, der ein super Netzwerk hat, was wir ja jetzt auch feststellen. Bruchhagen hat wahrscheinlich in seinen Augen und auch in den Augen der Mitarbeiter und so weiter einen guten Job gemacht, meiner Meinung nach auch. Aber ihr habt natürlich recht, er ist an seine Grenzen gekommen, hat natürlich auch immer wieder dieses, ja, wir können nicht, wir sind eben eine Mannschaft, die auch gegen den Abstieg spielt und so weiter und so fort. Das ist natürlich nochmal was, was sich alles mit Bobic schon geändert hat, weil er natürlich hier auch entsprechend zu dem Punkt, sind die Leihspieler so gut oder das Konzept mit den Leihspielern so gut. Natürlich ist das Konzept gut, aber du brauchst natürlich auch die entsprechenden Kontakte, du brauchst die entsprechenden Netzwerke. Und auch Eintracht Frankfurt hat sich natürlich jetzt auch eine Position erarbeitet, dass du auch die Möglichkeit hast, hoffentlich dann auch in den nächsten Saisons eben Spieler zu bekommen, die du in der Bruchhagen zu der Zeit gar nicht als Eintracht Frankfurt bekommen konntest. Ich glaube, der hat einfach irgendwann nicht mehr gerafft, dass er das nicht alles alleine machen kann. Also wenn ich wirklich die Story, die er mal erzählt hat, erzähle, dass, ja, wir müssen uns auf der Geschäftsstelle tausend Videokassetten anschauen und dann Media-Malda-Wika zu verpflichten, das ist irgendwann nicht mehr zeitgemäß gewesen, sondern das ist einfach stehen geblieben. Das ist ja aber nicht nur er. Also wir haben ja ganz, ganz viele Trainer, Funktionäre, auch auf höherem Niveau, Grüße nach München, wo das auch stattfindet. Ja, aber ist ja so. Ja, ist ja richtig, ja. Das ist so, irgendwann raffen die Leute nicht mehr, dass das, was immer, das haben wir schon immer so gemacht, das ist halt nicht so. Ja, das funktioniert halt nicht. Das funktioniert ja auch in anderen Bereichen nicht, im Einzelhandel nicht, in was weiß ich, allen möglichen Sachen. Typischer Fall, aber zu der Zeit, als er gekommen ist, war ja das Beste, was uns passieren konnte, weil wir da kein Verein waren, der irgendwie sich hätte erlauben können, höhere Ambitionen zu haben, sondern wir waren ein Pflegefall, der erst mal zu Hause gesund gepflegt werden musste. Dass Bruchhagen uns dann irgendwann gesund gepflegt hat, zu Hause uns aber nicht mehr rausgelassen hat. Ans Bett gefesselt. Gesund, aber ans Bett gefesselt. Genau. Die Natascha Kampus, das Kampus des Profifußballs. Boah. So ganz beruflich. Ja, ja, ja. Auf ihn. Also am Ende ist es... Schneid sie das nachher raus. Nix. Heute kommen noch viel schlimmere Sachen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe die Liste von Themen gesehen, da kommt noch das eine oder andere. Ja, gibst du den Shitstorm jetzt. Ja, vielleicht erspart uns den auch, Uli Hoeneß, wie er den auch immer noch gespart. Naja, naja. Gut, aber ich denke, die Hörerfrage haben wir damit beantwortet. Es ist halt nicht ganz so, wenn wir die letzten zwei, drei Jahre angucken, okay, aber ansonsten, man muss das gesamte Konzept halt sehen und da ist es gemischt zu betrachten. Ja, das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung des Ganzen. Aber es ist halt auch so, wenn du dir halt Bobic jetzt anschaust, dann musst du halt sagen, er hat halt in dieser Station davor viel dazugelernt und hat die Fehler, die er dort gemacht hat, bei der Eintracht bislang halt auch abgestellt. Das ist, glaube ich, genau der große Unterschied. Du kannst es genau aufeinanderlegen, dass Bobic eben nicht gesagt hat, das habe ich im Stuttgart auch so gemacht, sondern er hat auch gelernt, Umgang mit den Fans hält er sich zurück, bevor er da irgendwie aneinandergerät, lässt das andere regeln. Kann gut delegieren, sagt er auch, ist offen für neue Dinge. Ja, also das ist ja super, wie er das dann gemacht hat mit seinem Netzwerk und wie er das moderiert, auch gegen die Widerstände, die auch unternahmen von uns kamen, von mir vorneweg. Aber das ist ja, man ist ja, wie gesagt, ich habe ja damals schon gesagt, ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn Bobic dann doch erfolgreiche Arbeit leistet und der macht es gut, aber er macht es halt nicht alleine und das ist aber auch eine seiner Stärken, dass er das auch nicht alleine machen will, sondern dass er sagt, ey, das ist so ein komplexes Business geworden, die Trainerstäbe werden ja auch immer größer und so weiter und so fort. Und wenn du dir irgendwie überlegt hast, wie lange, glaube ich, die Leute im Verein um so Sachen wie Eintracht TV, Social Media kämpfen mussten, dann, ja, dann war es einfach an der Zeit, Bocham war vielleicht wirklich zwei, drei Jahre zu lange da, aber mein Gott, besser, als wenn er zwei, drei Jahre zu spät gekommen wäre. Also das muss man auch sagen, dann wäre hier vielleicht alles gegen die Wand gefahren und wir wären so ein Verein wie Karlslautern geworden. Aber das ist halt genau das, was du sagst. Er macht halt nicht alles alleine, sondern er kennt halt die Leute, die es besser machen können und setzt die dann ein. Das ist halt genau der Unterschied. Nicht alles alleine machen, sondern auf möglichst viele Schultern verteilen. Und dann funktioniert halt alles einander, dass du, weil du wirklich ein paar fähige Leute, Ben Manga, müssen wir ja irgendwann sowieso nochmal gesondert drüber reden. Das wird eine eigene Folge, glaube ich, mittlerweile. Genau, die dann halt ein so großes Niveau auch in den Verein tragen, damit das halt alles dann doch mal in der Stufe noch besser wird. Und das ist halt der große Vorteil. Momentan funktioniert das sehr, sehr gut, aber halt wird es im Profigeschäft halt auch immer größer, dieser Trainerstab mittlerweile, solange wir in der ersten Liga sind und es dementsprechend auch gut halten können. Dann läuft das auch. Ich hoffe halt nur nicht, dass es irgendwann wieder runtergeht. Aktuell sieht es ja überhaupt nicht danach aus, aber dann müsstest du halt wieder ganz großartig die Mitarbeiter umstrukturieren. Aber das ist ja etwas, da brauchen wir überhaupt gar nicht aktuell von. Ich wollte gerade sagen, jetzt malst du aber irgendwie so einen ganz fiesen Teufel da, so langsam an die Wand. Nee, nee, aber mir fällt das halt bei vielen Vereinen halt auch auf, die halt zwischen 1. und 2. Liga zum Beispiel manchmal schweben, die natürlich auch einen großen Mitarbeiterstab haben. Und plötzlich wird er halbiert, wenn du halt nicht im ersten Jahr wieder aufsteigst und dann hast du Probleme, die du automatisch auch in struktureller Hinsicht ziehst und dann ist es schwierig, wieder zurückzukommen. Also deswegen umso besser, dass wir damit aktuell gar nichts tun. Die magische 40-Punkte-Grenze haben wir zum Glück schon erreicht. Schon lange. Knapp, aber wir haben es geschafft. Gut, damit haben wir dann klang, glaube ich, wirklich diese Hörerfrage auch beantwortet. Vielen Dank, Lilian Borusse, für das Einsenden. Wenn auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage habt, dann ab in die Kommentare damit, per E-Mail in die Social Media. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und dann nehmen wir das für die nächste Sendung auf die Liste. Super. Jetzt müssen wir reden über den Abstieg, also sprich über Stuttgart, weil mit deinem Abstieg haben wir gerade im Vizepunkt wenig zu tun, Stuttgart vielleicht dann doch so ein bisschen. Wir waren das Schlusslicht für den Spieltag zumindest. 18 Uhr am Sonntag haben wir den Laden zugemacht und ich muss zugeben, mit Blick auf diese, ich habe mich vielleicht von Basti ein bisschen anstecken lassen, mit Blick auf die Spiele, die da vorgelaufen sind, war ich so ein bisschen angespannt in dem Spiel und habe immer mal wieder versucht, mich so ein bisschen abzulenken, um da nicht ganz so sehr reingezogen zu werden, weil ich so ein bisschen Schiss hatte vor dem Tag. Zu Recht. Ja, also gehen wir das Spiel doch mal durch. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit fand ich, war die Eintracht zwar spielerisch ein Stück weit besser, aber ich fand, für mich hat der VfB erstens nicht wie ein Absteiger gespielt und zweitens haben die echt ordentlich gestanden und wir waren zu pomadig im Spiel nach vorne. Auf jeden Fall, Marvin. Also wie wir ja auch schon im Stadion gesagt haben, du hattest ein paar Chancen, wo auch Stuttgart hätte in Führung gehen können. Dann ist das natürlich, wird das Spiel umso schwerer. Ja gut, das Tor natürlich kurz vor der Halbzeit war natürlich dann super für uns. Das war sowas von notwendig. Genau, konntest du natürlich da auch entsprechend gut auftrumpfen in der zweiten Halbzeit. Aber um nochmal die erste Halbzeit auch nochmal zusammenzufassen, meiner Meinung nach war es wirklich ein Problem, dass wir, ja, ich weiß gar nicht, ob wir nicht richtig ins Spiel kommen, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die defensive Arbeit von Stuttgart war wirklich ordentlich und die Konter, ja, oder auch die Stiche, die sie uns gesetzt haben, die hätten auch böse ins Auge gehen können. Aber zum Glück ist ja alles gut gegangen. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht schon durchaus Chancen hatten. Ja, also wenn man sich alleine erinnert, es war glaube ich in der dritten oder vierten Minute dieses Ding von Jovic, wo er eigentlich den Ball nur einen Meter nach links legen muss und dann ist das Ding drin, weil Zieler war halt total auf ihren Fokus hier. Ja, ja. Ja, und dann aber auch die Situation in der, was war das, 20., 22. mit Rode, wo Zieler dann quasi dreimal innerhalb von 10 Sekunden diesen Ball da abwehrt. Also wie Marvin schon gesagt hat, die haben nicht gespielt wie ein Absteiger, auch nicht wie ein Abstiegskandidat. Die waren in der Offensive durchaus auch präsent und die haben vor allen Dingen uns in der Defensive ganz ordentlich das Leben schwer gemacht in der ersten Hälfte. Ja, aber da muss ich sagen, halt in letzter Konsequenz nicht. Also ich meine, bis zum 16. Da sah das dann auch bei denen ganz gut aus. Sie hatten auch eine oder andere Chance, wo dann halt auch Trapp geprüft wurde. Es gab, ich weiß nicht, es gab nach einem Kotte. Nee, nicht zwingend, aber es war schon mal so ein bisschen knapp. Es ist halt immer entweder ein Tor vorbei oder Trapp war zur richtigen Zeit in der richtigen Position. Ich glaube, 13 Minuten war mal, war es ein bisschen gefährlicher geworden. Also da gab es diese Situation, aber du hast ja trotzdem eine Abwehr gehabt, die zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort war, wie halt ein Hinteregger, der halt öfter mal auch die Kralle ausgepackt hat beziehungsweise auch mal die Krätsche ausgepackt hat und dementsprechend sicher stand. Diese Krätsche da, also meine Fresse. Ja, das war schon smart gemacht. Und dann hast du halt jemanden, der absolut mittelfeldmotorisch unterwegs war, wie ein Rode, der eigentlich die ganze Zeit geackert hat, wie ein Bulle. Und dann ist es halt geil, dass du nach einer pomadigen ersten Halbzeit dann das wichtige 1 zu 0 machst. Wahnsinn. Halt auch wieder, wir hatten ihn ja auch schon in den letzten Folgen das eine oder andere Mal gelobt, zu Recht. Ein Kostic, der da halt auch auf der Linie irgendwie, auf der Außenlinie da unterwegs ist und da dieses Spielfeld, ich weiß nicht, wie oft der das über diese 90 Minuten hier erstmal da hoch und runter rennt und dann trotzdem noch diese Kaltschnäuzigkeit hat und einfach diesen Willen, diesen verunglückten Torschuss, der dann da zur Seite abgewehrt wird, mit einer Energie da über Ziele reinzuhauen, wo man aber auch sagen muss, dass Ziele in dem Moment echt nicht gut aussieht, da in die Knie zu gehen. Ja, da solltest du eigentlich als Torwart, soweit ich es verstanden habe, auch mehr stehen bleiben. Boah, das war schon ein so wichtiges Ding in dieser 44. und ein bisschen, also, weißt du, wie hast du das gesehen? Also ich meine, wir haben ja diesmal nicht zusammengestanden. Ich glaube, das war auch so eine kleine Eruption, weil es auch irgendwie so ein bisschen Last von den Schultern genommen hat, oder? Ja, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil diese ganzen Emotionen, die wir jetzt mittlerweile mit uns rumtragen, vorzuspielen, nachzuspielen und diese Erinnerungen an diese ganzen Europapokalfahrten und Bundesliga und dann kurz davor noch dieses, das heißt nicht kurz davor, aber einen Tag davor Gladbach verliert. Ich so, du lieber Himmel, hab ich fast ein Herz in Verlust. Was ist denn jetzt für Düsseldorf 3-0? Und ich denke, oh Gott, das will. Ja, und dann bis zum Stadion, ihr habt es ja schon angesprochen, das Spiel ein bisschen, das war so ein bisschen, ja, das war genau dieses dicke Brett. Eigentlich brauchen wir uns, glaube ich, auch im Nachhinein nicht mehr wundern, wenn wir das vorher schon voraussagen. Also wisst ihr, was ich meine? Dieses, dass das so war, haben wir eigentlich genauso erwartet. Stuttgart ist eine Mannschaft, die sich auch hinten reinstellen kann, weil die momentan nicht mehr viel können, die aber trotzdem bessere Spieler haben als Nürnberg oder Hannover. Das heißt, wenn du eine Mannschaft hast, die qualitativ eigentlich hochwertig ist, aber erstmal aus Respekt vor der Eintracht sich hinten reinstellt, dann kann es auch so ein Spiel wie gegen Wolfsburg zu Hause werden. Also das war ähnlich und dann Wolfsburg hat halt ein bisschen mehr Glück gehabt als Stuttgart. Stuttgart hätte auch in Führung gehen können, Kämpf, unser ehemaliger Spieler, Kämpf dann Glatte. Aber René hat es gesagt, wir hätten auch in Führung gehen können. Das heißt, in der ersten Hälfte war es ein 50-50-Spiel, wo trotzdem Stuttgart jetzt trotzdem nicht gefährlich war. Also ich glaube, Stuttgart kann sich nicht hinstellen und sagen, boah, wir haben echt Pech gehabt. Die haben halt einfach zu wenig gemacht und wenn die jetzt absteigen würden irgendwie, dann brauchen die sich auch nicht beschweren. Das ist halt so, die können sich ja nicht irgendwie, ja weiß ich nicht, ihre Hände in Unschuld waschen, nur weil es noch zwei bekacktere Vereine als sie gibt. Also Stuttgart in jeder einer normalen Welt steigen die ab, weil das ist ja Wahnsinn auch. Also die waren selbst dafür, dass es für die echt um viel geht, weil die spielen nächste Woche gegen Nürnberg und ja, die haben auch viele Fans dabei gehabt. Klar haben die ein bisschen was probiert, aber so, das hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Und dann habt ihr es ja gesagt, dann kommt diese Situation, du hast eh diese Anspannung in dir drin und mir fällt es im Stadion sowieso schwer, dann Spiele irgendwie objektiv zu bewerten, weil ich will dann einfach nur, dass die anderen Scheiß-Tor schien, mir ist auch egal wie. Und das war genau so ein Ding, unkonventionelles Tor zum richtigen Zeitpunkt. Und der hat glaube ich bei den Spielern und bei den Fans so ein bisschen den Knoten gelöst. Ja. Und dann ist man beschwingt in die Halbzeit gegangen und ein bisschen beruhigter, auch wenn noch nicht ganz. Und dann kam irgendwann dieses 2-0, was ja nochmal irgendwie viel geiler ist eigentlich in dem ganzen Spiel. Das war so ein Zwei-Stationen-Tor. Ich weiß nicht mehr genau, wer den Ball hinten aus dem 16er rausschlägt. War es Jovic? Also das war schon völlig untergegangen eigentlich in der Nachbetrachtung bei den vielen Sachen, wie er dieses Ding präzise genau im Thiago-Style Volley-Rebic in die Füße knallt. Der quasi als einziger Spieler vorne geblieben ist, im Mittelkreis steht, dann hast du diesen Kostic, der am eigenen 16-Meter-Raum mit diesem Mörderlauf startet. Wohlgemerkt, wir sind schon in der zweiten Halbzeit und da ist der Kerl schon ein paar Meter gerannt. Und dann hat Rebic einfach diese Übersicht und spielt diesen Ball, das war ja... Der hat erstmal diese Fähigkeit, diesen Ball-Kanonschlag-Pass einfach runterzuholen, als er den Verwerten gepustet. Wahnsinn. Dann dreht er sich kurz, chillt, erstmal entspielt diesen Ball dadurch und hat mich auch so ein bisschen Lügen gestraft, als ich in den vergangenen Wochen immer gesagt habe, für mich ist er kein Zehner. Ja, da musste ich auch dran denken. Da musste ich denken, ja gut, das hat zumindest Teil der Qualität, die ein Zehner braucht, weil das war ein echter geiler, ästhetischer, das war ein geiler Pass. Besser kannst du nicht spielen, auf jeden Fall. Ja, danke. Perfektes Timing, Kostic hast du angesprochen, der rennt auch wie ein Psycho, rennt ja gerade einfach geradeaus, so gefühlt seit immer und dann hat er diese Kaltsteuerlichkeit, der Ziele zu tunneln. Ja, und dann muss ich sagen, wenn Marvin mich fragt, wie mein Stadionerlebnis war, muss ich sagen, das war ein ganz merkwürdiger Jubel, weil das war kein Jubel, aus mir kam kein Ton raus, sondern ich habe nur Arm und Mund aufgerissen und habe mich gefragt, was ist denn hier los, Alter? Was ist denn hier, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Die Eintracht gewinnt auch dieses Spiel und ist plötzlich auf dem vierten Platz und im Fall, mir gehen die Argumente für mich selber aus, zu sagen, nee, die Eintracht kommt nicht in die Champions League, ich mache mich fertig. Ich war ja letzte Woche schon aufgeregt, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ja, aber ganz ehrlich, das war auch ein Tor mit so einer hohen Qualität, dieses 2-0, ey, ohne Scheiß, da denkst du, krass, das ist wirklich gerade die Eintracht, ne? Und das ist halt jetzt nicht ein Freundschaftsspiel gegen Hintertupfing, sondern das ist ein fucking Bundesligaspiel gegen eine Mannschaft, die normalerweise eigentlich von den Namen her eine andere Qualität haben sollte, ja? Aber wir hatten ja auch, es lief ja auch ein bisschen alles für uns, Leute wie Zuber oder so haben die letzten Wochen nicht auf den Platz bekommen und gut, bei Eswein habe ich mir eh kaum Gedanken gemacht, aber es lief halt bei denen nicht so wirklich gut, gerade in der zweiten Halbzeit und bei uns, ey, ist da wirklich in der zweiten Halbzeit der Knoten geplatzt und auch spielerisch, was das, nicht nur das Tor, auch danach, wie die teilweise Tiki-Taka-Fußball gespielt haben oder hier One-Touch-Fußball, ey, da habe ich mir gedacht, was ist denn los mit euch? Das meint der hier gerade wirklich ernst, ne? Da war natürlich dann auch ein bisschen die Stuttgarter Luft raus, ne? Ja, aber trotzdem, aber trotzdem haben wir auch in der Vergangenheit manchmal so Spiele noch hergegeben. Das stimmt, das stimmt. Diese Angst, die wir in uns drin haben, dass die Eintracht das noch vergeigt, kommt ja auch nicht von ungefähr. Und die wird auch nie ganz weggehen. Die ist ja auf, die ist ja auf, die fußt sie auf wahren Begebenheiten. Das ist ja keine irreal Angst, wie wir teilweise in der heutigen Zeit haben, sondern da gibt es ja valide Argumente für diese Angst. Ja, aber Marvin hat es gesagt, das Krasse ist, wir haben es bei Fußmutz 2000 auch gesagt, die Eintracht moderiert das einfach weg. Das ist nicht mal immer spektakulär. Das ist auch nicht so, dass du die Fans immer anzündest, außer in einzelnen Szenen, wie Hinteregger habt ihr schon angesprochen, aber auch die Auswechslung von Kostic zum Beispiel. Das ist dann auch nicht das, wo die komplette Stimmung eskaliert. Aber Leute, das tut mir leid, dass ich sagen muss, aber das ist so spielen, dass Baba-Spitzenmannschaften einfach runter. So machen die das. Die machen keine großartigen Heckmeck da daraus. Das ist es. Das muss man ganz klar so sagen. Dass du dieses Niveau auf den Platz bekommst und gleichzeitig halt auch dominant das Ding runterspielen kannst. Ich meine, nach dem 2-0 war es eh gegessen, aber auch in der zweiten Halbzeit kam Stuttgart wirklich kaum noch richtig gefährlich ran. Die Eintracht hat irgendwie versucht, zeitnah das 2-0 zu machen, ohne hektisch zu werden und dann ist es gefallen. Da war der Käse wirklich gegessen. Und dass du dann noch das 3-0 machst, weil Jovic halt auch noch unbedingt wirklich mal treffen wollte, war wunderbar. Ja, also das war alles in allem doch ein sehr gelungener Fußballsonntag und lässt uns dann auf Platz, wie Basti schon gesagt hat, auf Platz 4 der Tabelle zurück. Nachdem die Konkurrenten links und rechts von uns so ein bisschen gepatzt haben und wird uns jetzt so ein bisschen in diese Frage reinwerfen oder noch stärker in diese Frage reinwerfen, die wir nächstes Jahr oder letzte Woche schon getroffen haben, welche Chance haben wir im nächsten Jahr in welchem europäischen Wettbewerb zu spielen. Weil ich glaube, dass wir europäisch spielen, das dürfte fast schon sicher sein. Das ist die eigentliche Sensationsnachricht bei allen möglichen Eventualitäten, dass die einfach tatsächlich nochmal im Europakal spielen wird. Wahrscheinlich, gut wissen wir auch nicht, aber ja, aber es sieht halt schon einfach verdammt gut aus, also wir stehen momentan mit sieben Punkten Vorsprung vor Platz sieben da. Ja. Sie nehmen sich in den nächsten Spielen auch alle noch so ein bisschen gegenseitig die Punkte weg. Also, das Thema könnte schon ganz gut ausgehen für uns. Ja, mir ist nur wichtig, dass wir punkten. Also tut mir leid, ja, ich verstehe das und wenn ich dann bei Fußball 2000 lasse ich mich dann auch manchmal von der, ja, absoluten Motivation einiger Leute anscheinend. Aha, bei uns nicht. Ja, die Sache ist einfach doch, doch, aber weißt du, mir ist einfach wichtiger, nicht gerade, auf welchem Platz wir stehen, sondern wie viele Punkte wir holen. Dass wir selbst die Punkte machen. Und wenn wir jede Woche in Dreie holen und wenn wir jede Woche halt gegen diese Mannschaft gehen, die wir gewinnen müssen, wie jetzt halt gegen Stuttgart gewinnen, dann bin ich einfach gespannt, wo wir landen. Aber ich meine, wir haben jetzt schon 49 Punkte, das ist geil. ich will aber mich auch nicht auf dieses, auf diese Rechenschicksale begrenzen lassen. Das nervt mich. Ich habe keinen Bock zu rechnen. Oh, die Promo und die vier Punkte, da kommt der andere hin. Ey, in allerseltensten Fällen hat das geklappt. Ich weiß noch, als wir irgendwann mal gerechnet haben, weil am Ende der Saison so knapp war und niemand mehr Punkte geholt hat, dann hätten wir irgendwie gegen Wolfsburg damals gewonnen, hätten wir irgendwie zwei Punkte mehr gehabt und dann wäre wahrscheinlich auch die Champions League gekommen. So haben wir Unentschieden gespielt mit viel Dusel und sind die Euro-Deep gekommen, haben uns trotzdem gefreut, aber ich will einfach, dass die Eintracht diese Qualität, die sie einfach hat, auf den Platz bringt und dann schauen wir mal, wo wir am Ende der Saison landen. Ja, da kriegt Marvin ja auch einen Punkt. Sorry, du sprichst ja auch einen wichtigen Punkt damit an, den alle vergessen, dass wir halt auch checken müssen, wie geht das mit Leipzig weiter, wie geht das mit Gladbach weiter, also wir sind ja das, wir haben das trotzdem, auch wenn wir das jetzt theoretisch in der eigenen Hand haben, haben wir es trotzdem nicht, wenn die jetzt Siegesserien starten und Gladbach irgendwie die Mannschaft plötzlich befreit ist, weil sie weiß, dass Hacking am Ende der Saison weg ist, kann es auch sein, was ist, wenn die jetzt plötzlich sechs Spiele hintereinander gewinnen, da kannst du nicht mithalten, weil du halt dann noch nach Wolfsburg musst, nach Leverkusen, nach München, das liegt in der Natur der Sache, dass du das nicht alles gewinnst, das ist auch okay und deswegen ist, was Marvin sagt genau das Richtige, wenn wir alles rausballern, was geht, inklusive, müssen wir auch noch gucken, wie weit es in Europa geht und wir haben ein gutes Gefühl und dann reicht es nicht, dann ist glaube ich keiner sauer, ich glaube, was in der Vergangenheit immer so war, dass wir eben das nicht getan haben, also dass wir unter Thomas Schaaf zum Beispiel die Möglichkeit, das zu machen, aber da kamen so lustlose Auftritte in Freiburg und in Köln dazu, die einfach nicht zu erklären waren, wenn die nicht da sind, dann brauchst du dich auch nicht ärgern, das sind zwei verschiedene Sachen, Problem ist, wenn Gladbach nicht mehr in die Spur kommt, die es schwer haben, uns einzuholen, ich glaube, dass Gladbach das auch so sieht und das ist so dieses gefährliche, wo wir jetzt aufpassen müssen, dass wir da nicht überdrehen, weil, ja, ich habe es bei 390 probiert so zu vergleichen, ich habe gesagt, das ist wie wenn du unter deiner Couch plötzlich 10.000 Euro findest und du denkst, geil, das ist ja überragend und plötzlich findest du in jedem Scheißkissen nochmal mehr Geld und du denkst, ich brauche nicht mehr, was ist denn, fällt noch plötzlich Geld von der Decke, also so ein bisschen aufpassen, dass es zu viel Glück ist, weil man dann auch nicht zu gierig werden sollte und am Ende, ich will keinen Eintrag-Fan sehen, der am Ende der Saison, wenn wir Fünfter werden, enttäuscht ist. Da hast du völlig recht, Basti, aber was wichtig ist, ist, wir haben ja alle Potenziale für ein Spitzenteam diesmal und auch oben, ja, blöd gesagt, Champions League mitzuspielen, denn wenn du dir es anguckst, wann hatten wir denn mal ein Torverhältnis, was im Endeffekt diesem Niveau oben entsprochen hat, dass wir mit 54 Toren, die wir gemacht haben, eine Differenz 24, das ist ja wohl mal richtig geil und das war ja auch was, was uns oft gefehlt hat und was uns vielleicht auch diesmal diesen Zuschlag vielleicht auch gibt, dass wir sagen, am Ende Leute, selbst wenn wir jetzt noch den direkten Vergleich dann haben, haben wir zumindest auf jeden Fall eine geile Tordifferenz und fallen da nicht hinten runter, was wir ja jahrelang, wo wir da rumgeeiert haben, wir haben nicht genug Tore geschossen, haben dann 1-0 die Spiele gewonnen, jetzt gewinnst du gegen Gegner wie Stuttgart, gewinnst du halt mal 3-0, bäm, machst das Tor noch in der 84. Minute und machst was fürs Torverhältnis, das ist geil und deshalb glaube ich wirklich, dass wir diesmal eine Chance haben, da oben uns wirklich jetzt festzusetzen. Also das ist ein guter Punkt und da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, denn wir haben nicht nur diesen Duselgeckers, der irgendwie uns zum 1-0 hin manövriert, sondern wir haben wirklich eine ganze Reihe qualitativ hochwertiger Stürme, die dafür sorgen können, dass wir halt auch deutlichere Ergebnisse erzielen und das ist schon ein Vorteil und das zeigt sich auch, dass wir ja gleichzeitig in der Defensive besser sind, also ich meine, wir sind in der Defensive auch besser als Gladbach aktuell und als alle, die da unten drinstehen, also das ist schon, also die unter uns stehen, Platz 5, Platz 6, die haben alle eine schlechtere Tordifferenz und haben auch alle wesentlich mehr Tore gefangen. Wir haben nur 30 Tore gefangen, das ist, glaube ich, das ist der dritt, ja am dritten niedrigsten, das musst du mal geben. Ich meine, Dortmund hat auch nur 30 Tore gefangen, die haben halt noch mehr gemacht, ja, weil die halt eine ganz schöne Maschinerie davon haben, aber auch wir brauchen uns nicht zu verstecken. Ja, das Ding ist, das Restprogramm könnte man ja auch zu unseren Gunsten interpretieren, nur erinnere ich mich zum Beispiel an die Hinrunde, da ist uns bei diesem Restprogramm am Ende So ein bisschen die Luft ausgegangen, ne? Genau, Leverkusen, Mainz und so, da ist uns die Luft ausgegangen, das kann ja jetzt, wenn wir wirklich irgendwie im Halbfinale noch kommen, kann das ja wieder passieren, was ja auch zu verstehen wäre, wir haben ja vor der Saison schon damit gerechnet, dass es viel früher so, keine Ahnung, so einen grauen Herbst gibt, wo wir in Europa spielen, wir dann zu Hause gegen, was weiß ich, verlieren, gegen Düsseldorf verlieren oder so. Angetreten, wir sind natürlich dann darauf angewiesen, dass jetzt im Laufe der Saison nicht mehr, ja keine Ahnung, dass nicht vielleicht zwei von den vorne ausfallen und oder das Rode und Fernandes gleichzeitig ausfallen oder solche Konstellationen, und wir sind darauf angewiesen, dass vielleicht, keine Ahnung, unsere Außen halt weiterhin, dann auch ein Kostic weiterhin die Kilometer gegen. Was ist, wenn Kostic ausfällt, das würde ein Riesenloch reißen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und was ist, wenn Schalke, was ist, wenn Schalke einen Kopfball nach dem Eckball macht und der knallt unter die Latte und ins Tor und nicht wie bei Kempf an die Latte, das, wir haben das glaube ich mal vor zwei Jahren, Marvin und ich, haben wir doch hier beim Coworking Space was aufgenommen. Da haben wir es Hashtag X genannt, so dieses, und den gibt es ja immer noch, der ist jetzt zwar auf einem höheren Niveau bei uns, aber den gibt es immer noch und das, ja, das sorgt ja auch dafür, dass wir alle so nervös sind, Leute. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Schalke-Spiel, weil das ist auch wieder ein wichtiges Spiel. Das ist auch wieder wichtig, da kann auch wieder alles passieren, das kann ein Spiel sein, was du 3-0 gewinnst, kann sein 1-0-0-0-0, das wird sehr, sehr wichtig und Gladbach wird das aber glaube ich genauso sehen, deswegen bleibt, das ist glaube ich, probieren wir mal neutral, das zu sehen, das ist einfach spannend, so, und das ist für uns, wenn es für Neutralen spannend, das ist für uns echt auch Leidensdruck im Sinne von, ja, wenn schon ein Heimspiel gegen Stuttgart, was ganz souverän gewonnen wird, solche Emotionen und Ängste und Freude gleichzeitig auslöst, dann kannst du glaube ich hochrechnen, was passiert, wenn es in die Crunch-Time geht und wir am 33. Spieltag, weiß ich nicht, gegen Mainz zu Hause spielen, machen das 1-0 und du siehst die Ergebnisse von den anderen Plätzen, dann wird die Blitztabelle, guckst sie auf dem Handy an, die wird eingeblendet, dann wechselt das immer vierter, fünfter, hoch, runter, bla bla bla, weißt du, also wir sind, und das sage ich auch zu mir selber Leute, wir sind noch lange nicht in der schlimmsten Phase. Ne, ne, das ist richtig, also ohne Scheiß, die letzten Spiele werden auf jeden Fall knackig und ich habe jetzt zwischenzeitlich schon überlegt, ob ich eigentlich zu diese hoffnungslosen Stadt fahren soll, wo ich diese relativ selten bis zu Punkte mitgenommen habe, aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, am 34. Spieltag könnte sogar in München irgendwie was möglich sein, egal in welche Richtung, dass wir uns vielleicht sicher für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren und auf der anderen Seite, ja, ist ja noch nicht klar, dass die irgendwas in die Höhe recken können, also das wäre schon. Überleg dir mal die Geschichte, dann kannst du den zweiten Teil drehen, wenn wir, Kovac hat uns den Pokal gegen seinen neuen Verein geholt, und wir versorgen ihn mit seinem neuen Verein in die Meisterschaft, werden wir dadurch in die Champions League einziehen. Also hättest du mir das vorher gesagt, war, dann hätte ich gesagt, ja, verkauf das nach Hollywood, aber lass mich in Ruhe. Und das ist ja, das ist geil, weil ganz ehrlich, ich hatte am Anfang dieser Saison, wo du überhaupt nicht wusstest, wo du stehen sollst, habe ich gedacht, scheiße, 34. Spieltag, Auswärtsspielen mag ich nicht, ich mag keine Auswärtsspiele am letzten Spieltag und dann so, oh fuck, weißt du, ja klar, wir spielen Euroleague und dann will dir doch jeder einreden, oh ja, müsst aufpassen, dass es nicht läuft wie Köln und so, dass ihr dann am Ende absteigt und so und dann lässt du das ja doch an dich nah rankommen und dann denkst du, oh Gott, oh Gott, am letzten Spieltag, wenn dann der Kovac vielleicht den Titel in die Höhe reckt und wir dann irgendwie um den Abstieg mitkämpfen, also so, weißt du, das sind doch Gedanken, diese Konstellation am letzten Spieltag in München, den Bayern zuzugucken, wie sie diese Schale dann da hochreißen am letzten Spieltag und man selbst vielleicht irgendwie am Ende dann nach all dem Geunke auf so einem Relegationsplatz oder irgendwas steht, das ist halt so eine Konstellation, die willst du ja eigentlich nie haben, niemand, egal welcher Verein du bist. Und da können wir doch jetzt schon relax sein und wir können eher auf das ganz Große hoffen oder dass wir uns an dem letzten Spieltag lieber ein bisschen relaxen müssen, weil wir eine Woche später im fucking Europa Cup sind. Ja. Und nochmal so ein geiles Jahr haben, das darf man nicht vergessen, nur weil wir es jetzt, also wenn wir nächstes Jahr nochmal Euroleague spielen mit so geilen Destinationen, boah, das wäre schon fett. Auch wenn es heftig wäre für unsere Geldbörsen. Ja, das sowieso, wir müssen ja, wir haben ja schon überlegt, ob wir nicht irgendwie so ein Dings gründen, so einen Verein für geschädigte Eintracht-Fans, die irgendwie, keine Ahnung, gesundheitliche und finanzielle Probleme nach dieser Saison haben. Hilfsfein. Hilfsfein. Irgendwas gründen, wo du irgendwie fünf bis 15 Sponsoren mit ans Land ziehen kannst, damit du dir die Fahrten dann wieder leisten kannst im nächsten Jahr. Grüße an Dazone. 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 Vielleicht sollten wir uns auch Gedanken machen, irgendwie mal, ja, preisgünstiger auswärts zu fahren, aber dafür verprassen wir halt einfach viel zu oft sinnlos unsere letzten Euro. Sinnlos würde ich nicht sagen. Ich sage nur Champagner im Frühstücksrestaurant, ne? Ich habe doch gesagt, sinnlos würde ich nicht sagen. Ja, also, drei Punkte gegen Stuttgart, drei Tore gegen Stuttgart, aktuell Platz vier und wenn wir jetzt nach vorne gucken, Basti hat es gerade eben schon angesprochen, dann kommt der nächste Spieltag mit großen Schritten auf uns zu. Wir dürfen ran am Samstag um 15.30 gegen Schalke, die mit Hübsevens einen weiteren 90er-Jahre-Trainer auf der Bank haben. Also in der Liga, wenn man mal so nach Doll guckt. Ja gut, der ist nicht ganz so, der ist nicht ganz so Er ist nicht ganz so unsympathisch wie Doll, aber Genau, der ist auch nicht ganz so dumm wie Doll, aber ja, also die werden die werden uns nicht herspielen, sage ich es mal so. Nee, aber die werden ziemlich defensiv da hinten drin stehen, das ist so das klassische 1-0 Stevens-Ergebnis droht. Also sie werden auf jeden Fall auf die Defensive bedacht sein, also das war ja schon immer so ein bisschen bei Stevens die Thematik zu sagen, die Defensive muss stehen und dann wird da aber auch irgendwie mit acht oder neun Bussen hinten geparkt. Ja, also ganz ehrlich, dieser Schalke, ne, gehen mir schon auf den Sack, ne, also nichts gegen die Schalker Fans, ja, das tut mir eher leid, aber diese elendige Rückwärtsgewandtheit dieser Vereinsstrukturen halt auch, ja, jetzt hat es mit dem einen Trainer nicht geklappt, jetzt muss ich wieder back to the root. Und Tedesco zu Stevens, was ist los mit euch? Habt ihr gar keine Linie drin? Ohne Scheiße, jetzt muss ich die Eurofighter wieder bemühen, jetzt kommt Büskins da und so. Ich wollte gerade sagen, du hast ja nicht nur Stevens, du hast da auch einen Büskins und einen Asamoa da auch noch sitzen. Verrückt. Ja, ja, also, also, nee, aber das ist zu mir zu, das ist mir zu sehr in Extrem gedacht, als dass die mir verkaufen können, dass sie eine Strategie haben. Nein, haben die nicht. Haben die nicht, also definitiv nicht, das war jetzt irgendwie letzte, letzte Ausfahrt Stevens, da wollte keiner und Ideen hatte man schon lange keine mehr. Ich bin einigermaßen schockiert, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die so Ideen los sind und das ist ja ein Millionen Dollar oder ein Millionen Euro Konstrukt, was da erbaut wurde und da sitzen doch nicht nur Vollforsten, also, dass sie sich jetzt diesen Menschen ausgesucht haben, nichts gegen Stevens, der war zu seiner Zeit ein wirklich guter Trainer, aber ich habe die letzten Jahre schon immer das Gefühl gehabt, dass der irgendwie, ja, auch seine besten Jahre einfach schon vorbei sind und muss, kann man es nicht irgendwann mal damit bewenden lassen. Ich weiß es auch, keine Ahnung, wie wenn wir jetzt ein drittes Mal Fee zurückholen würden irgendwie. Ja, wenn ich Schalke-Fan werde, ich glaube, das nervt die auch selber. Das Problem ist, da hilft uns alles nichts, also die langfristige Entwicklung bringt uns nichts, wenn es um einmal 90 Minuten geht und da sehe ich es als problematisch an, weil Stevens... Obwohl sich ja Schalke auch extrem schwer getan hat letzten Spieltag gegen Hannover, meine ich 1-0 und da auch mit Glück. Trotzdem ist Stevens, glaube ich, ein Trainer, der zumindest dafür sorgen kann, dass der Mannschaft 90 Minuten gut steht, egal wie schlecht und formlos die ist und der ist dann noch eine Woche Zeit gehabt, das zu machen. Die haben auch, wie eben noch besser als Stuttgart, nicht noch besser, weiß ich nicht, vielleicht auf ähnlichem Niveau, da ist auch der ein oder andere gute Kicker dabei, der uns ärgern kann. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist halt ein unangenehmes Spiel, weil du bist Favorit, ist so. Trotzdem ist der Gegner nicht so schlecht, wie er dasteht, weil das liegt ja nicht nur an der individuellen Qualität der Spieler auch, weil er gerade überschätzt ist, aber trotzdem sind die in der Lage, 1-0 gegen uns zu gewinnen, wenn die ein bisschen Glück haben und tief stehen. Das ist halt ärgerlich, dass das erst gespielt werden muss, weil wir haben es auch zuletzt schon besprochen, das sind halt keine Fußballfeste, die uns bevorstehen. Du musst hier in Stuttgart so hart arbeiten, musst auf Schalke hart arbeiten, dann hast du Augsburg, weißt du, das sind alles so, da freust du dich ja nicht und denkst, ach geil, heute knallt sie wie in Dortmund oder so, weiß ich nicht, sondern das ist Arbeit jetzt und ich bin gespannt, wie die Eintracht das gebacken kriegt, weil ich langsam aus diesem, ja, auf Schalke versaut die Eintracht sowieso, weil jetzt geht es um alles, da bin ich langsam so 50-50 raus, ich kann es mir immer noch vorstellen, aber ich bin mir nicht mehr so sicher wie früher. Ja, aber das ist aber genau der Punkt, also ich glaube, was du eben angesprochen hast, ein Schalke 04, was jetzt gerade irgendwie um den sechsten Platz oder um den vierten Platz kämpfen würde, würde uns jetzt aktuell ein bisschen besser zu Gesicht stehen, weil die dann, ja, schnuddeliger sind und ich glaube, mit Stevens ist es schon so, dass der da ganz strikt drauf achtet, dass zumindest in Sachen Disziplin und korrekt stehen und so, dass da nichts schief läuft, es kann halt sein, dass sie immer noch einigermaßen verunsichert sind, das merkst du halt natürlich, der 1-0-Sieg war natürlich ein Brustlöser gegen Hannover, aber war jetzt nichts, wo du sagst, richtig großer Befreiungsschlag, weil das halt jetzt nicht so die Qualität ausgestrahlt hat, aber es ist schwierig, die sind unangenehm und ich kann mir auch vorstellen, dass das halt so ein 1-0-Gegurke für die Eintracht wird, das würde ich aber auch gerne nehmen, dafür ist die Mannschaft der Schalke auch zu wenig konstant, dass die jetzt hier dauerhaft ohne Gegentor spielen, da lege ich mich einfach fest. Interessant aber, dass wir zwei Gegenspieler haben, die wir ja noch kennen aus den eigenen Reihen, Mascarell zum Beispiel, der momentan ja wieder ein bisschen häufiger spielt, der hat ja auch gegen Hannover gespielt und auf der anderen Seite... Wichtig in dem Spiel durchaus gegen Hannover. Genau, und auf der anderen Seite noch auch Oczipka, der ja auch durchgespielt hat, wenn ich mich recht entsinne, also zwei bekannte Spiele, aber Angst brauchen wir da auch nicht haben. Ja, gut zusammengefasst. Leute, wir müssen doch einfach auch mal gucken, wenn wir einigermaßen das Niveau abrufen und auch wir sind normalerweise im Moment gut hinten drin. Wie ihr habt schon gesagt, von Schalke ist eher, die Gefahr geht dann aus von irgendwelchen dämlichen Freistößen, Standardsituationen etc. Da müssen wir einfach aufpassen, dass wir keine dummen Fouls im Nähe des 16er machen. Dann auf der anderen Seite natürlich auch gucken, du musst natürlich die Effekt... Um jetzt oben stehen zu bleiben, musst du an deiner Effizienz und deiner Effektivität wieder ein bisschen arbeiten. Die Dinger, wie das Jovic-Ding gegen Stuttgart in der dritten Minute muss dann halt gegen Schalke mal reinfallen und dann ist doch die Sache auch wieder erledigt. Ich denke, dann passt das schon. Erinnert euch an das Spiel, als wir in Wolfsburg gespielt haben, als ALR dieses merkwürdige Ding, einfach wo du aus dem Nichts den Ball rein wolltest. Ja. Und dann, weil ich glaube, Chandler hat dann sogar auch noch ein Tor gemacht. So müssen wir da spielen. Also du musst wirklich da hinkommen und was Dennis gesagt hat, gar nicht so denken, wie wir gerade mit allen Mentalitäten überlegen, was könnte, was könnte. Nee, einfach sagen, wir sind gerade besser. Das werden wir jetzt auf dem Platz zeigen. Ihr werdet es schwerer gegen uns haben, als wir gegen euch. Dann führst du da vielleicht früh 1-0, moderierst das vielleicht genauso weg und dann kann es echt gut gehen. Also das ist nicht so, dass es wirklich das Hammer, unfassbar schwerste Spiel der Welt wird, aber du musst es halt zeigen und die Mannschaft, ja, Dennis hat es gesagt, das ist genau das. Du darfst dir vielleicht dann halt nicht diese 45 Minuten Leerlauf gegen Stuttgart erlauben, sondern dann halt einfach eine dritte Minute schon dieses Ding reinballern. Aber wir haben es auch gesagt, von den drei vorne kann immer einer treffen. Also die können alle drei treffen. Gut, Haller, es fällt jetzt aus, habe ich gehört. Sieht noch gar nicht so gut aus, ne? Das habe ich noch gar nicht gehört. Und das ist so dieses Ding, wo man denkt, hm, das ändert auch die Statik von unserem Spiel, weil Rebic und Jovic haben zwar zusammen, glaube ich, in Hoffenheim auch den Sieg rausgeschossen, aber das war schon arg glücklich. Okay. Haller fehlt schon Bauchmuskel. Ja, Bauchmuskelverletzung. Ja, und Gacinovic ist ja auch noch so ein bisschen die Frage, der hat ja gegen Stuttgart schon gefehlt und scheint ja auch nur nicht so ganz schmerzfrei zu sein. Nervig, fällt auch auf unbestimmte Zeit schon wieder aus, das sind so Aussagen. Das sind so Aussagen, die haben uns in der Vergangenheit schon genervt und die nerven jetzt in der Situation gleich doppelt so viel. Ja, also das ist, das ist halt schon ärgerlich, muss ich sagen, aber ich glaube, Wajna Paciencia hat schon gezeigt, dass er es kann und dann muss er halt jetzt irgendwie da ein bisschen reinrücken. Das ist auch eine Chance und wenn das ganz vorne nicht klappt, dann muss halt Rebic auch mal wieder das Tor treffen. Die sind alle dafür da, dass sie halt genau das machen und im Gegensatz zu den Schalkern, die jetzt morgen noch spielen werden beziehungsweise halt im Pokal ran müssen, ist es halt bei uns so, dass wir halt eine Woche frei haben. Stimmt, die spielen ja noch im Pokal. Ja, stimmt. Hat ich schon gar nicht wieder vergessen. Ja, das könnte wirklich ein Vorteil sein, weil das natürlich was ist, wo die sich Euphorie abholen können, im Sinne von, dass es so wie bei uns ist. So, weißt du, bei uns, wir sind in der Rückrunde komplett abgeschmiert, waren aber im Pokalfinale, weil die absteigen werden die wahrscheinlich nicht mehr, dass die dann denken, ach komm, der Pokal ist das, wo wir unsere ganze Pulsie generieren wollen und den Rest nehmen wir halt so mit und wenn es gegen die Eintracht irgendwie, keine Ahnung, die probieren es vielleicht dann mit 80 Prozent und wenn die merken, das klappt nicht, dann werden diese 80 Prozent immer kleiner. Das kann natürlich auch sein, dass es so einen Effekt hat, dass die sagen, okay, keine Ahnung, die Eintracht ist zu stark, vielleicht geht es das auch, weißt du, also es gab doch eine Zeit lang, wo Gegner einfach gegen Bayern auch gedacht haben, da geht nichts und vielleicht können wir das zumindest auf ganz kleinem Niveau auch haben, haben zu denken, ah kacke, haben ja auch viele Gegner immer nach unserem Spiel gegen uns auch übrigens gesagt, viele gegnerische Spieler, die sagten, ja Leute, die drei da vorne sind echt schwer zu stoppen, was sollen wir machen? Also das hat man von vielen verschiedenen Spielern gehört, vielleicht muss man das auch so ein bisschen ausspielen, dass man sagt, ey, ihr habt keine Chance gegen uns, lasst uns in Ruhe, ihr seid unnötiger Fein, geht weg, wir wollen weiter und ihr versaut uns das nicht, haut ab. Halte ich auch echt für realistisch, also muss man sagen, gerade was du angesprochen hast, auch dass es wirklich sein kann, dass die sich hier sehr, sehr viel Motivation jetzt im DFB-Pokal holen, die sagten, also ich meine, in den Wettbewerbern waren die ja auch wirklich nicht schlecht, okay, die sind krass rausgeflogen in der Champions League, aber ich meine natürlich, es war auch ein übermächtiger Gegner, aber da läuft es ja für die einigermaßen und wenn die jetzt morgen wieder gewinnen, dann ist natürlich das ganze Mindset auf einem DFB-Pokal, der ja unglaublich leicht im Vergleich jetzt zu gewinnen ist, also was unglaublich ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da gibt es ja, da sind ja einige wirklich schlagbare Gegner dabei, ja, und da muss man sagen, da ist ja für Schalke wirklich auch ein Pokalfinale noch drin und wenn die sich damit mehr gedanklich befassen als mit der Liga, weil sie halt wissen, einigermaßen können sie schon hin und her wurschteln, selbst wenn sie gegen Frankfurt nicht gewinnen, kann das schon ein Vorteil sein. Ja, ich glaube, da könnte durchaus was drin sein, aber wir müssen halt wirklich wieder so ein bisschen mit der gleichen Einstellung da jetzt unterwegs sein, dieses frühe Tor machen, sie so ein bisschen unter Druck setzen, was durchaus auch möglich ist und vielleicht halt auch jetzt durch die Ausfälle mal gucken, ob wir so ein bisschen am System so ein bisschen entwisten können, den einen oder anderen, der gerade durchaus motiviert ist, da mal reinwerfen, Pacencia hat es ja gerade schon angesprochen, der durchaus, glaube ich, auch die Motivation hat, da mal noch ein bisschen zu zeigen, was er drauf hat. Ja, also aussichtslos würde ich sagen, ist es auf keinen Fall, wir haben eher so das bessere Blatt auf unserer Seite, jetzt müssen wir es nur noch sauber zu Ende spielen. Ja, also auf jeden Fall gar keine Bedenken haben, einfach weiter offensiv-aggressiv zur Werke gehen und wir müssen ja auch ja, wie gesagt, die Jungs sind ja fit und die sind auch einigermaßen ausgeruht. Das sah für mich jetzt bei dem Spiel wieder sehr, sehr gut aus, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, wo es echt am Ende, wo es echt am Ende waren, jetzt zum Beispiel gegen Mailand oder so, da hast du gedacht, wo der Akku leer war. Akku ist leer und jetzt sind sie plötzlich wieder da, jetzt können sie wieder gehen, das ist doch geil. Ja, du hast aber auch richtig, fand ich auch gerade im Spiel gegen Stuttgart gemerkt, dass sie durchaus jetzt dann nochmal so ein bisschen cleverer geworden sind, was so das Dosieren der Kräfte angeht, nicht unnötig die ganze Zeit anrennen, sondern da halt auch einfach mal den Gegner gekonnt so ein bisschen hinspielen, um dann eben in diese Umschaltsituation zu kommen. Das würde ich mir gegen Schalke halt auch wünschen, da steht halt für mich noch so ein bisschen entgegen, dass die wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr eingestellt sind auf Defensive und das ein bisschen schwieriger wird, die da aus der Reserve zu locken, was aber auch nicht total unmöglich ist. Basti hat zwar gesagt, die werden nicht mehr absteigen, aber die können natürlich jetzt auch sehr nah noch da unten reinrutschen, je nachdem, wie die Konkurrenten da unten spielen. Da haben die natürlich auch keinen Bock drauf. Das ist richtig. Das ist richtig. Was denkt ihr denn von der Aufstellung her, wie wir dann da rangehen, wenn jetzt schon der ein oder andere da eher so am Wackeln ist? Bin ich eigentlich wirklich bei Marvin, dass wahrscheinlich Haller dann vorne getreu der Position durch Patienz ja ersetzt wird, ist auch eigentlich so mit einer der einzigen Spieler, also sowohl ein Jovic als auch ein Revic, finde ich, ist immer schwierig, Patienz ja dafür zu bringen. Bei Haller ist tatsächlich eigentlich ja eins zu eins der Wechsel. Ich denke, das wird ansonsten werden wir wahrscheinlich spielen wie die letzte, wie jetzt am Wochenende, oder? Ich denke auch, dass das der einzige Wechsel wird. Hoffe ich zumindest. Das heißt, wir haben in der Abwehr wieder ein dicker Hasebe und den Herrn Hinteregger? Ja, ich denke oder ich hoffe, dass wenn Touré fit sein sollte, dass er eine Option zumindest für die Bank ist, weil ich würde mir den Danny der Costa nochmal ein bisschen genauer anschauen. Der war das letzte Spiel nicht ganz so auf der Bahn der Glückseligkeit unterwegs. Das kann sich auch schnell wieder ändern. Man hat immer mal einen schlechteren und mal einen besseren Tag nach den unfassbaren Leistungen, die er in den letzten Monaten ja gebracht hat. Aber ich würde nur mal gucken, wenn wir dann jemanden hätten, mit dem wir ihn dann mal auswechseln können, ist es auch nicht verkehrt, ihm mal ein paar Minuten Ruhe zu geben, weil gegen Schalke musst du halt auch auf den Außenbahnen extrem konzentriert zu Werke gehen. Ja, und es wäre halt auch vielleicht ganz gut, dass du entweder jemanden hast, der mehr auf flache Pässe setzt oder jemanden, bei dem die Flanken nicht irgendwie an der gegenüberliegenden Eckfahne ankommen. Das war halt schon sehr eindeutig in dem Spiel gegen Stuttgart. Ich meine, zugutehalten muss man ihm, dass er es halt einfach immer wieder probiert hat, aber auf der anderen Seite, wenn du siehst, wie die Dinger da konsequent 14 von 15 Mal über den 16er darüber gesegelt sind, also Ja, ja. Ich würde den, glaube ich, aber eher bei einem Heimspiel draußen lassen, weil beim Heimspiel kommt man in die Situation zu flanken. Auswärts finde ich ihn wichtiger. Ich glaube auch, das Gefühl ist er trotzdem noch ein bisschen schneller als Touré. Touré ist irgendwie so ein Hybrid zwischen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger und das wäre so ein typischer Rechtsverteidiger einer Viererkette, der dann gar nicht ganz so viel mit einer... Touré eigentlich jetzt am Wochenende komplett gefehlt, gar nicht im Kader gewesen. Das ist eine gute Frage. Ne, ich glaube, es ging gar nicht mehr der Leistung zusammen. Ich gehe einfach davon aus, dass er ein bisschen rotieren wollte, wollte Tuta vielleicht mal irgendwie an den Kader so ein bisschen näher ranziehen, ihm vielleicht nach der letzten Ordnung nicht guten oder guten Leistungsleistungen mal ein bisschen die Möglichkeit geben. Ich sehe das eher so, ich weiß nicht, also ich hatte nichts gehört, dass er verletzt ist, aber ich glaube, das ist nichts gegen Touré, weil der war ja in den letzten Zeiten der Mannschaft schon relativ nah dran, aber ja, andererseits muss man auch sagen, da Kosta hat er noch den Pass zum 3-0 gemacht. Also er war dann schon wieder da. In dem Moment, wo er sich dann mal drauf besonnen hat, einen flachen Pass zu spielen und nicht irgendwie wieder bananenartig rein zu flanken. Ja, aber ich will noch mal ganz kurz zurückkommen, weißt du, Hütter ist ja auch jemand, der das Gefühl eines Spielers ganz gut greifen kann und der weiß, was du gebrauchen kannst, um Spieler dauerhaft zu motivieren und das hat er, glaube ich, bei Tuta ganz gut gemacht. Tuta hat eine schwierige Anfangsphase gehabt, der ist reingekommen, der musste erst mal sich zurechtfinden innerhalb dieses Teams, dem wurde ja auch gleich nachgesagt und gar nicht negativ, der braucht seine Zeit, um reinzukommen und allein ihn einmal auf die Bank zu setzen, die Stadion von innen zu zeigen, die Fans zu zeigen. Das hilft für eine Langzeitmotivation. Ich glaube, das war insofern auch relativ wichtig. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen ausgestaltet. Demnächst könnte wieder Touré dabei sein. Ja, der Chat ergänzt gerade und dafür vielen Dank, dass Touré zuletzt wegen muskulären Beschwerden gefehlt hat. Na siehste, okay, alles klar, danke. Dann wissen wir doch Bescheid. Auf der rechten Seite da Costa oder Touré, je nachdem. Aber ich glaube, der Rest ist wie gesetzt. Da werden wir nicht nicht allzu viel dran ändern. Was tippt ihr denn? Basti? 0-0. Das kam sehr überraschend. Dennis? Ich glaube, dass wir 2-0 gewinnen. Marvin, ja. Weiter, weiter, immer weiter. 3-1, Eintracht Frankfurt. 3-1. Ja, also nach den letzten Spielen glaube ich nicht dran, dass Trapp einen kassiert. Ich glaube auch nicht, dass Schalke drauf Bock hat, irgendwie Tore zu schießen. Aber sie werden auch keine verhindern. Ich sage 3-0 für uns. Kann man, glaube ich, ganz gut mit Leben. Und das bringt uns dann noch viel mehr in diesen europäischen Sog und wahrscheinlich Basti noch viel näher an den Rand des Wahnsinns. Leute, ganz kurz, bevor wir zum nächsten Thema kommen, eine Meldung, die ich ja heute noch gelesen hatte. Sebastian Jung ist ja definitiv bei Wolfsburg in der nächsten Saison kein Thema mehr. Wie seht ihr das denn? Wäre es eine Verstärkung für uns, ihn vielleicht wieder zu verpflichten? Oder denkt ihr, dadurch, dass sich in Wolfsburg auch überhaupt nicht mehr durchgesetzt hat, ist es auch für uns wahrscheinlich gerade in Hinsicht der nächsten neuen Saison hoffentlich eventuell international noch eine Liga höher. Wie seht ihr das? Was ist da euer Gedanke? Also ich glaube, von der richtigen Verstärkung kannst du aktuell wahrscheinlich nicht sprechen, weil du einfach gar nicht weißt, wie sein Leistungsvermögen derzeit ist. Also ich meine, ich habe ihn wirklich in der Bundesliga kaum gesehen. Also er ist ja auch nicht mehr präsent und der Labbadia spielte keine Rolle. Ich kann mir aber vorstellen, dass es, also jetzt nochmal zwei Nummern schlechter oder eine Nummer schlechter wie Rode, aber trotzdem Spieler ist, der du vielleicht für relativ wenig Geld zur Erweiterung deines Kaders verpflichten kannst, sofern er noch Ambitionen hat, ist es zumindest für eine Konkurrenzsituation nicht schlecht, weil wir wissen, Jung war damals halt kein Schlechter. Wenn er fit ist und wenig Geld kostet, würde ich das in Erwägung ziehen. Okay. Also es ging ja darum, mir ist es nur wieder aufgefallen, letztes Wochenende, du hast eben auf den Außen wirklich ja teilweise Schwierigkeiten zu besitzen. Tavatar war jetzt auch schon ewig nicht mehr gerade, keine Ahnung, wahrscheinlich auch verletzt auf der anderen Seite mit Schändler, der auch, mal sehen, wenn er zurückkommt, was geht da, ist schwierig. Also es ist ja, es wird ja schon wichtig, auch die, diese Leistungsträger, die wir momentan gesetzt haben, mit der Costa und Kostic irgendwie auch mit einem Backup zu versorgen und Spieler, die vielleicht auch sagen, wie ein Rode, der die Mannschaft oder zumindest den Verein kennt, der ja auch sehr schnell sich dann wieder akklimatisiert hat, war so ein bisschen bei mir der Hintergedanke, wäre vielleicht Jung nochmal jemand, der da gut mit eingeworfen werden kann und ich denke auch, dass gerade auch die preisliche Situation bei Jung, Vertrag ist dann eh abgelaufen, Gehalt wird er auch sicherlich jetzt nicht das Größte verlangen, gerade nach dieser, dieser Talfahrt, also für mich war es eigentlich eine interessante Verpflichtung, aber muss man einfach mal gucken. Wie alt ist denn der? 28. Würde ich nicht mehr machen. Weiß ich nicht, finde ich, Marvin hat ja schon von Touré gesprochen, da Costa, also das würde mir theoretisch reichen. Ja. Ich hätte da jetzt. Wenn er, ich weiß nicht, wenn er jetzt 25 gewesen wäre, hätte ich es anders gesehen, glaube ich. Aber dieses 28, bis er dann wieder komplett drin wäre, dann ist er schon wieder 30. Der wird im Juni schon 29. Siehst du, wenn wir den wieder fresh kriegen, dann ist er dann, wenn er fresh ist, schon wieder 31 Jahre alt. Okay. Da würde ich, glaube ich, weil so ein Kaderplatz ist ja mittlerweile auch wichtig. Also weißt du, was ich meine, auch so ein Kaderplatz, nicht mal, wenn du immer auf der Bank bist, aber so ein, ja, allein, dass du mittrainieren darfst und so bla bla bla. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich skeptisch sehen, auch wenn er einer wäre, wenn er kommen würde, würde ich mich nicht ärgern, weil ich glaube, er wäre zum Beispiel niemand, der das Mannschaftsklima kaputt machen würde, im Gegenteil. Der würde sich, glaube ich, nahtlos in diese Truppe einfliegen, weil er wahrscheinlich echt ein korrekter Kerl ist. Was ich jetzt gesagt habe, sind auch rein technische Gründe, dieses von wegen, okay, wieder verkauft, wer dies, das. Aber wenn die ihn vielleicht als dritten Rechtsverteidiger haben wollen, wäre auf jeden Fall eine Situation. Vielleicht kommt es auch ein bisschen drauf an, was mit Chandler ist, weil bei Chandler hat man zumindest so unter der Hand ein paar Stimmen, dass man nicht mal weiß, ob der überhaupt nochmal wiederkommt. Aber das war doch eigentlich auch am Anfang klar. Du hast doch mitbekommen, dass er immer wieder schwierige Verletzungen hatte. Der Knorpel ist auch nicht mehr der, der er mal war. Also muss man sagen, ist doch alles, ist ja auch vollkommen okay. Ja, und ich meine, Chandler hat eine krasse Karriere noch dafür, dass wir irgendwann mal gedacht haben, oh Gott, der hat es irgendwie nicht so wirklich bei uns gepackt und ist dann von der zweiten Mannschaft nach Nürnberg, hat dort für echt gute Erfolge gesorgt. Ja, und hat dann sich als Bundesligaspieler etabliert bewiesen, auch in der Nationalmannschaft dann unterwegs gewesen, dann hier bei der Eintracht zurückgekommen, hat nochmal deutlich gemacht, er ist ein Frankfurter Junge, der kann gehen und hat uns wirklich gute Momente beschert. Und wenn es jetzt halt nicht mehr langt, langt es nicht mehr. Und dann aber jemanden zu haben, der fit ist und der halt auch die Eintracht kennt, der wahrscheinlich auch das Umfeld schätzt, ich würde es nicht so schlecht finden, wenn das finanziell irgendwie machbar wäre. Gut, dankeschön. Gut, dann kommen wir mal zu aktuellen Thematiken, bevor wir zum Tomschwerze der Woche einbiegen. Es hat sich ausgegrindelt, meine Damen und Herren. Guck an! Total überraschend und das ist alles nur wegen einer Uhr, habe ich das so richtig verstanden? Ich weiß nicht, welcher Podcast das schon seit fast ein, zwei Jahren fordert. Da bin ich sicher. Da gab es den Hashtag, ne? Weiß nicht, der Hashtag, ich komme nicht auf den Hashtag, aber ich reiche das nächste Sendung nach. Aber den Podcast habe ich mir echt gerne angehört. Die haben das schon irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren haben die schon gesagt, dass man daran festhalten sollte an dem Hashtag. Liebe Grüße an diesem Podcast, gute Jungs. Jetzt muss jemand was sagen. Jetzt muss jemand was sagen. Ich dachte, wir legen jetzt hier eine Schweigeminute für ihn ein oder so. Ja, wollte ich gerade, wollen wir das machen? Wollen wir mal zwei, ich schweige zehn Sekunden für, äh, wir spielen jetzt ein kleines, warte mal, ich spiele was ein für euch. Dauert ein bisschen. Ich kann euch noch so lange unterhalten. Kleinen Moment, bitte. Hören Sie live mit Wie Basti Dinge sucht. Wie Basti Dinge sucht. Finde ich natürlich nicht genau so schnell. Hören Sie Marvin in dem Hintergrund leise gehen. Unsere Abschiedsmelodie. Tschüss mal, lieber. Hashtag Danke, Reinhard. Danke für alles. Also, es kam dann doch irgendwie, naja, überraschend jetzt, ja, so ein bisschen überraschend eigentlich schon, oder? Also, ja, das hat sich in den letzten Wochen angedeutet. Also, dass das so passiert, hätte ich nicht gedacht, aber es spricht dafür, weil in den letzten Wochen man immer wieder überall gehört hat, dass den keiner mehr ernst nimmt. Und da musst du ja anfangen, Gründe zu suchen, die dann vielleicht eine gewisse Aktualität haben oder die du dann irgendwo rausfischst. Dass das auf so dubiose Weise passiert, spricht natürlich auch für den DFB, weil die Leute, die ihn jetzt dadurch rausgeballert haben, sind ja charakterlich nicht viel besser. Das müssen wir uns auch, also, müssen wir uns auch darüber beklaren sein, dass diejenigen, die den Idioten rausgeballert haben, auch Idioten sind. Das hast du dann auch an der Art und Weise gesehen, weil das mit dieser Uhr ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass sie das jetzt rausgeballert haben, spricht auch nicht für die, aber machen wir uns nichts vor. Der hat vorher schon viele Gründe geliefert und das zeigt die Absurdität der Zeit, in der wir gerade leben. Wenn du eine Liste von Grindels Verfehlungen machst, ist das das kleinste Übel, weil er eine Dressuhr nicht angegeben hat. Die Liste der Verfehlungen brauchen wir gar nicht zu machen, weil wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, dann haben die bei 11 Freunde schon eine Liste mit den 20 größten Dingern von Grindel gemacht. Ja, da ist die Uhr, ich kaufe ihm auch noch eine Uhr, das ist das allerkleinste Problem, was ich mit Grindel habe. Also, da muss man ja wirklich sagen, ganz ehrlich, das ist halt auch scheißegal. Also, jetzt diese Uhr ist nicht scheißegal, das ist falsch gesagt, aber ich finde das wesentlich weniger dramatisch als vieles, was er davor gemacht hat, als was in der Zwischenzeit auch gelaufen ist, wir erinnern uns an die unwürdige Situation, die nach dem Auspfeifen von Gündogan und Erdogan, äh, Erdogan, hohoho, ja, ja, Freude, der hat auch ausgepfiffen, ja. Nee, aber Freude, der Versprecher, ich meine, wenn Özil, der lädt da jetzt den Erdogan ein, da muss man auch die irgendwie im Kopf schütteln, aber nach der trotzdem unwürdigen Sache mit Özil und Gündogan, das war unsinnig, das war aber auch nur die Spitze des Eisbergs, davor waren so viele beschissene Situationen, irgendwie auch nicht wirklich ein Neuanfang bei der Werder-Nassen-Armannschaft gemacht, also viele Herumlaufenen. Das waren doch drei Jahre Fettnäpfchen, oder? Das ist doch wirklich, also. Ja, der hat auch nicht wirklich aufgeräumt, was ja eigentlich sein Job sein soll, das hieß, der tritt an, der hat ja Reden im Bundestag, das ist ja alles absurd, dieser Typ ist ein Fleischgewordene Absurdität, also das ist ja, das ist einfach, und ganz ehrlich, und es wird ja auch oft immer vorgeworfen, und gerade auch bei 93, dass wir uns dann zu überzeichnet über solche Leute lustig machen, aber ganz ehrlich, Leute, im Nachhinein stellt sich raus, dass wir uns eigentlich gar nicht über die Leute lustig gemacht haben, sondern wir nur die Wahrheit erzählt haben, die Wahrheit manchmal sogar noch viel schlimmer ist. Das ist, sorry Leute, das war eine Witzfigur, und das haben irgendwann auch die Leute in den Fluren gemerkt, dass der wirklich, das ist einfach trotzdem, sorry, eine Witzfigur in diesem Amt gewesen, weil er keinerlei Bezug, keinerlei Ahnung vom Fußball hat, der musste alles, was er sagt, auswendig lernen, das war alles glatt, der hat nichts vorangebracht, der hat dieses nicht auf links gedreht, diese Affären aufzuklären, gar nichts. Das war einfach ein Schmierlappen-Politiker, der da gestanden hat, der schwer zu ertragen war und wir als Eintracht-Fans sowieso, glaube ich, nicht die allergrößten Fans waren, durch eins, zwei, drei Aussagen von ihm. Ja, erinnert dich an die ganze Situation vor einem Jahr, als es darum ging, in Frankfurt ein Länderspiel auszutragen, erinnert euch, das ist alles schon wieder in Vergessenheit geraten. Erinnert euch, dass er wollte, dass die Bayern das Pokalfinale gewinnen. Ja. Also ich meine, wie viel wir vergessen haben, der Typ war von Anfang an ein merkwürdiger Vogel, hat komische politische Reden im Bundestag schon davor gesprungen und echt ein unangenehmer Zeitgenosse gewesen, der zudem noch nicht mal wirklich viel mit Fußball davor zu tun hatte. Ja, natürlich hat er irgendwas gemacht und so weiter, aber ey, sechs Millionen Menschen machen in Deutschland irgendwas mit Fußball, da kann auch der Horst von um die Ecke irgendwie dieses Amt antreten, hätte es wahrscheinlich auch nicht schlechter gemacht. Also da muss ich echt sagen, Grindel hat sich ja im Laufe seiner Amtszeit auch nicht bewährt, sondern wirklich ist, wie er es gesagt hat, vom einen Fettnäpfchen zum anderen getreten und ich bin so froh, dass die Sache jetzt zu Ende ist, weil Hashtag ausgegrindelt hat sich bewahrheitet. Ich klicke gerade diesen Artikel mit diesen 20 großen Skandalen von Grindel durch, da sind ja ein paar Dinger dabei, du meine Fresse. Ja, ja, das musst du dir mal vorstellen. Also es ist von vorne bis hin ziemlich, ziemlich skandalös gewesen und es ist halt einfach in dieser Zeit so merkwürdig und es zeigt sich aber, dass er mit so viel Mist ja davon gekommen ist, ja, und auch da, ich meine, diese Auflistung ist ja gar nicht vollzählig, da fehlen ja auch wirklich ein paar Sachen, ja, und dann überlegt dir diese unwürdige Scheiße mit der Helene Fischer da, weißt du, diese unfassbare Halbzeitshow, wo er sich dann darüber noch beschwert hat. Also da war so viel Kacke dabei, ja, da war so viel Kacke dabei. Also meine Güte, das Einzige, was mich nervt, ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwann besser werden könnte. Richtig. Die Absurdität ist trotzdem, dass natürlich ist diese Situation unwürdig, dass man das an der Uhr aufhängt, aber eigentlich ist es für ihn auch die Chance, weil wenn du seine, wenn du tatsächlich seine Erklärung liest, ist das für ihn auch ein Vorteil, weil er ballert das jetzt auf die Uhr. So, ich habe sonst alles gut gemacht, ich habe einen Fehler mit der Uhr gemacht. So geht der jetzt aus diesem Amt raus. Das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Im Endeffekt nutzt er das ja auch für sich aus und tut so. Ja, dann, im Endeffekt tut er so, als wenn er jetzt ein Opferwerk ist, so wie Christian Wulff oder ich bin über eine Rechnung gesteuert, aber ich wusste doch nicht, was eine Uhr kostet und so. Digga, ganz ehrlich, kauf dir wirklich noch eine Uhr. Das war das allerkleinste Problem. Geh einfach weg. Trotzdem muss man sagen, ich hoffe, dass er... aber sie lassen ihn halt jetzt damit vorkommen. Er hat sich halt jetzt das ausgesucht, was irgendwie nach außen hin zumindest versucht, seiner Karriere irgendwie den kleinsten Kratzer irgendwie verpasst. Nein, im Gegenteil, sie drehen es halt sogar noch hin so nach dem Motto, ich habe es eingesehen, ich gehe jetzt freiwillig so mehr oder weniger. Genau. Also es ist halt auch... Ich übernehme jetzt für so einen kleinen Fall Verantwortung. Das zeigt, was für ein verantwortungsvoller Typ ich bin. Ja, ganz ehrlich, das hätte ich früher machen können. Und ich hoffe sehr, abschließend zu ihm, ich hoffe sehr, dass er ähnlich wie Nilsbach nicht damit durchkommt und mit dem Plan, diese anderen Ämter, wo 500.000 Euro im Jahr bezahlt werden, für drei, vier Treffen im Jahr bei FIFA und UEFA zu behalten. Das wollte Nilsbach das nämlich auch probieren. Ich hoffe, dass er das auch nicht schafft. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, da wäre ich auch sehr unzufrieden mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es kann nicht sein, dass jemand, der sich jetzt diesen Weg nehmen und dahingehend rauswiesen will, jetzt wirklich da durchkommt. Das kann echt nicht sein, weil nur weil das Letzte halt das wahrscheinlich am wenigsten Tiefgreifendste war, dann heißt es nicht, dass es das Einzige war. Das kann wirklich nicht sein. Der Typ muss jetzt als Symbolfigur dafür genommen werden, was alles scheiße läuft und der darf jetzt nicht schon wieder einen neuen Job bekommen, indem er auf dem Arsch sitzen unglaublich viel Kohle abstaubt, sondern was ganz wichtig und viel wichtiger ist, ist, dass der DFB ein für allemal jetzt das Pferd von hinten aufzeugen muss, muss jetzt wirklich mal nachgucken, wie sind die Strukturen? Denn es ist ganz, ganz notwendig, eine Strukturveränderung herzustellen und nicht nur immer zu sagen, ja, okay, jetzt haben wir einen abgerasiert und jetzt geht's weiter. So, das kann nicht sein. Du kannst nicht immer jetzt nur einen abrasieren und dann so tun, wie als wäre das jetzt mit dem Neuen, würde das jetzt alles funktionieren. Das funktioniert auch beim HSV nicht. Ja, die hauen tausend Trainer raus und denken, oh, warum funktioniert's denn nicht? Ja, weil der ganze Scheiß da los hier. Ja, also Leute, das kann nicht sein, das ist der fucking größte Fußballverband der Welt und der hat auch ein paar kompetente Leute da sitzen und bestimmt auch ein paar Leute, die Bock drauf haben, aber nicht in diesem Verwaltungsdschungel, in diesem Bürokraten, ich schiebe mir mein Geld in den Bobbes-Konstrukt. Also da muss jetzt endlich mal was gemacht werden und da habe ich nur gering die Hoffnung, dass es wirklich auch Leute gibt, die da was verändern wollen. Keine Ahnung, können ja die Mitglieder nicht irgendwas tun? Keine Ahnung, können ja nicht eine kleine Revolte starten? Muss es überhaupt, was ich mir überlege, da muss es überhaupt einen einzelnen Nachfolgepräsidenten geben oder kann man da nicht ein Board einrichten? Weil mittlerweile die Aufgaben ja wirklich so komplex, wenn wir vorhin über Bruchhagen geredet haben, das Verein zu viel, weil sehe ich das eigentlich da auch so. Du brauchst eigentlich so wie bei der Eintracht ein Modell mit dreien, drei Vorständers für drei Bereiche, sportlich, Medien. Bitte nicht dreimal grindet. Also du musst da wirklich aufräumen und entsprechend, wie der Marvin schon sagt, die Struktur gibt halt auch viel Myster und nicht, dass du dann im Endeffekt drei Vögel davon hast, die alle drei kassieren und keiner steht für einen wirklichen Umbruch. Also du musst da definitiv ordentlich aufräumen. Aber bin ich auch bei dir, Basti? Finde ich normalerweise gut, so ein System, ja. Dafür darfst du halt dann auch keinen nehmen, der jetzt irgendwie schon in dem Konstrukt irgendwie drin ist. Also dafür musst du halt wirklich komplett jemanden von außen holen oder dann halt drei Leute von außen holen. Dafür brauchst du halt auch den entsprechenden Support, dass das funktioniert. Und ich weiß ja nicht, ich glaube, es ist ja auch in der eben Konstellation nicht so, dass die Mitglieder an sich irgendwie das wählen, sondern dass das da ja quasi von irgendwie DFL, DFB, ne, hier von diesen ganzen angeschlossenen Vereinen und so weiter gewählt wird. Also da müsstest du ja quasi den Support von einer Mehrheit der Vereine da irgendwie bekommen. Aber Matthias Sammer fällt mir zum Beispiel ein, das wäre einer, dem würde ich zumindest im Ansatz vertrauen. Ja. Keine Ahnung. Das geht schlimmer. Das Problem ist halt auch, du hast wirklich auch tatsächlich ein Personalproblem im Sinne von, was in der Politik auch herrscht zum Beispiel. Es gibt nicht viele, die jetzt, wo du sagst, ah, da ist er. Hier gibt's halt auch nicht. Es gibt jetzt keine offensichtliche Lösung gerade, wo man sagt, ja, der muss es werden, der räumt auf. Nee, weißt du, also ich wüsste keinen. Ich wüsste wirklich keinen. Aber mit so einer Dreierspritze hättest du die Möglichkeit, zwei eher unbekannte Namen mit reinzusetzen. Genau. Wie du sagst, Sammer oder ähnlich. Du hast einmal Sammer, der das, der das, der quasi der Bobic quasi in der Situation ist, dann hast du aber einen Hellmann und einen Frankenbach noch. Die müssen wir ja nicht kennen. Richtig. Ich brauche, mir ist ja egal, ob ich den Finanzjourney kenne. Lass es von mir aus Katja Kraus zum Beispiel. Irgendwelche Leute, die sich in Fußballstrukturen auskennen. Ja, ich glaube, das wäre halt aber auch wichtig. Die einigermaßen unprätentiös rumlaufen und das nicht als Bühne nutzen wollen und sich dann, was weiß ich, so profilieren, wie 20er es teilweise probiert hat. Dann solche Leute. Und dann vielleicht auch noch einen, jetzt nicht unbedingt Walter Desch, aber einen aus den Regionalverbänden, der... Das schreibt Joe auch gerade im Chat. Der Herr Desch mit seinem Board, das sogenannte Dashboard. Nein, aber einen, der da vielleicht, weiß ich nicht, an der, so wie Hannover das jetzt gemacht hat mit dem Präsidentschaftskandidat, einer, der aus dem Verein kommt, dann halt, und hier einen, der vielleicht wirklich jahrelange Basisarbeit geleistet hat im Sinne von wirkliche Arbeit und nicht wie Walter Desch, der durch irgendwelche Posten gewandert ist und nicht mal eine Internetseite herrschen kann. Ich glaube, das wäre aber... Marvin hat es ja gesagt, in so einem Riesenverband müssen drei fähige Leute dabei sein. Das ist meine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Da gibt es ja fähige Leute, aber das ist halt ein Lobbyistenverband. Da brauchst du keine Fiegen, sondern da brauchst du jemanden, dem du vertrauen kannst, dass er mindestens genauso korrupt ist wie du selbst, ja, damit du weiterhin deine Kohlen kriegst. Das ist doch das Problem an dem Konstrukt. Ja, aber ich will mich auch nicht in der Generalkritik hier abarbeiten. Also ich glaube, wenn wir mit diesem Ansatz da rangehen und sagen, dass das alles Idioten ist, da helfen wir niemandem mit. Ich glaube, es gibt die Leute... Das ist auch, glaube ich, nicht so. Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass die vielleicht selbst daran verzweifeln, dass es sehr viele gibt, die halt so denken. Aber ich glaube, es ist nicht bei allen so. Ich denke schon, dass es Leute gibt, die einen ehrenwerten Ansatz haben, weil die irgendwie den Sport lieben, weil die andere Sachen im Vorteil sehen, dass sie vielleicht den Jugendverein, Jugendverbände supporten wollen, dass sie vielleicht aber auch den Amateursport supporten wollen. Also ich glaube, da gibt es viele Gute. Es wird nur an der Zeit, die Guten rauszusuchen und die verfaulten Rosinen beiseite zu lassen. Ja, und ich glaube, die Unterstützung von den Vereinen kannst du wirklich auch dadurch bekommen, dass du in der Tat da jemanden hast, der da lange unterwegs ist, den vielleicht doch der ein oder andere kennt, der aber nicht in der Öffentlichkeit so bekannt ist und jemand, der halt auch aus dem Fußballumfeld kommt, wo du weißt, dass du Ahnung von dem Geschäft hast, damit er eben auch diese Unterstützung bekommt. Das wäre halt einfach als Frontmann an der Stelle einfach wichtig. Ja, ich bin gespannt. Ich sehe keinen. Ich sehe auch keinen. Ich sehe auch die, ich glaube, die Anforderungen haben die nicht. Die wollen jetzt halt einen haben, der das einfach nur beruhigt. Das ist, glaube ich, der Fehler, den die immer machen. Ich glaube, das wollten die auch mit Grindel machen. Die haben gedacht, der ist so glatt und wenn jemand in der CSU, CDU unterwegs ist, kann der auch dubiose Dinge glatt reden. Das wollten die auch. Die wollten einfach jemanden haben, der das glatt reden kann, nach diesem Niersbach-Desaster mit dieser legendären Pressekonferenz. Der da sitzt, äh, äh, keine Ahnung, äh, 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 da wollten die halt einen haben, der überhaupt was sagt, nur Schmierteflon-Kram, den du irgendwie nicht an den Kacken pissen kannst. Hat nicht funktioniert. Wohl er ja eher den Raum verlassen hat, wenn die Fragen unangenehm wurden. Ja gut, das war ja jetzt erst. Am Anfang hat er das ja trotzdem immer noch so gemacht, ja. Vielleicht hat man da auch schon ablesen können, dass er da schon wusste, dass er nicht mehr diesen Rückhalt hat. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin da auch ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht zu genau informiert, was das betrifft. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, ja, der Generalsekretär XY, ich kenne die alle gar nicht. Ja, also ich könnte die jetzt auch nicht mal vorverurteilen. Wenn jetzt einer sagt, ja, Rainer Koch soll es machen, der hat auch einige merkwürdige Äußerungen getätigt, aber der hat zum Beispiel auch ab und zu was Gutes gesagt. ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie innerhalb dieses DFB die Strukturen sind. Wahrscheinlich hat Adidas auch noch was mit zu sprechen. Also das, wir wissen es ja alle nicht, wie diese Gemengelage da ist. Was halt wichtig wäre, dass man zumindest scheibchenweise mal ein bisschen sagt, ey, wir räumen hier wirklich auf und macht nicht dieses, ja, du hast das Gefühl, da passiert gar nichts, aber bei jedem kleinen Fan, klar, wird drauf geschossen. Aber wenn im DFB-Blog Hitlergrüße gezeigt werden, dann wird das komplett weggeredet. Dann machen wir hier so Kampagnen, darum geht es doch. Es geht nicht mal mehr so krass um den DFB-Präsident als Personale, sondern wie transportiere ich Fußball? Mache ich das weiterhin so? Wir sind eins und spielen vor 5000 Zuschauern in Wolfsburg oder macht man es wieder ein bisschen Fußball-Style mäßiger? Das ist auch so eine Nummer. Und da hat ja dann nicht nur der DFB-Präsident mitzureden, sondern das ist ja dann quasi diese, die ist ja glaube ich sogar ausgegliedert, diese Abteilung Nationalmannschaft A-Team. Das ist ja das Gesamtkonstrukt. Da müssen sie sich Gedanken machen. Solange es so ist, wie ich es jetzt, bockt es mich nicht. Also Bock interessiert mich nicht. Es ist einfach so, es ist auch nicht schlimm. Ich probiere es jetzt auch nicht ständig, irgendwie mich darüber lustig zu machen, aber ja, da ist so viel zu tun. Ich bin gespannt, wer das in die Hand nimmt. Habt ihr Hoffnung noch nicht aufgegeben. Rainer Koch finde ich trotzdem kacke. Ja. Ich auch, aber das ist so die naheliegendste Lösung. Danke. Ja, klar. Kannst du auch Rauballtheorien nehmen oder so. Was weiß ich. Ja, keine Ahnung. Das sollen die anderen klären. Dafür bin ich zuständig. Solange ich dafür nicht bezahlt werde, brauche ich mich auch dahin nicht zu informieren. Seid froh, dass ihr die ganzen Vorschläge im Chat nicht gelesen habt. Da wäre dir schon alle schreiend davon gelaufen. Ja, ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, was ich nicht so sinnvoll finde. Also ich finde es in aller Ehren wert und total süß, dass jetzt Leute nach Peter Fischer schreien. Lass uns in Ruhe. Ja. Lass den Fischer, Peter, Halt ab. Der würde, ich sage mal so, der würde in seinem Amt nicht glücklich werden. Ja. Der wäre auch, sorry, machen wir uns nichts vor, der wäre auch nicht kompetent genug. Das wollte ich jetzt gerade schön umschreiben, der würde nicht glücklich werden. Aber du kannst es natürlich jetzt auch. Ja, ich glaube, ich glaube, da wären auch andere nicht glücklich, also nicht nur, dass er nicht glücklich wäre, die anderen wären wahrscheinlich auch nicht so ganz glücklich mit ihm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch. Und Egidus Braunbrum auch nicht mehr. Dafür sind wir glücklich mit ihm, von daher, lass den bitte, wo er ist. Eben, der ist genau am richtigen Ort. So ist es. Frankfurt ist eh cooler als Deutschland. Also lass uns in Ruhe, wir machen das hier alleine. Gut, dann bin ich. Aber es ist echt krass, was heute alles passiert ist. Ich meine, das war ja jetzt so die alles erschütternde Meldung, ja, weil wir haben ja schon jahrelang an diesem Grindel herumgekrittelt und dann gibt es noch andere Sachen jetzt irgendwie, dass jetzt klar ist, dass Hecking nicht mehr über die Saison hinaus in Gladbach bleibt, finde ich krass. Jetzt kommt da wahrscheinlich der Marco Rose da von Salzburg, wenn das alles so läuft. Also auch eine krasse Nummer, nachdem Hecking ja doch teilweise ziemlich erfolgreich war bei Mönchengladbach. Ja, und dann sehe ich in der zweiten Liga, back to the roots, so ein bisschen wie Schalke. Jetzt ist ja Oral wieder Co-Trainer in Ingolstadt. Du lieber Himmel, das habe ich mir einen April-Scherz gehalten. Ich habe mich auch gedacht, ja, das ist aber wirklich kein April-Scherz. Was? Also, alles kommt irgendwann zurück, ja. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt. Und es gibt einen Eisbär, der heißt Hertha, habe ich jetzt gehört. Ja, das habe ich vorhin auch gelesen, so viel habe ich mitgekriegt. Klingt mal an. Die Hertha ist wirklich Europas schlechteste Marketing-Abteilung. Diesen Hauptstadt-Club so uninteressant und lächerlich zugestellt, muss man auch erstmal schaffen. Wirklich. Liebe Grüße an Herrn Keuter, oder wie der Johnny heißt, und Pretz und diese alle. Try we fail, we win. Ja, 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 ja. Ja, auch ziemlich. Europas unnötigste Mannschaft. Grüße. Da war ja auch echt viel drin los, hier in diesem, in diesem Fußball-Kosmos. Tatsächlich, ja. Das mit Hacking. Wie habt ihr das eingeschätzt, Jungs? Erste, 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 erste Dings, die ich hatte, das hat mein Herzklopfen versteckt, weil ich dachte, okay, vielleicht faded bei Gladbach die Saison jetzt aus. So Lame Duck-Style. Zweite Reaktion war, wer weiß, vielleicht löst das auch ein bisschen so einen Druck gerade. Ich habe fast das Gefühl, dass es ein Drucklösch ist. Also glaubst du, das macht Gladbach stärker unterm Strich? Glaube ich nicht, tatsächlich. Ich glaube wirklich, dass das System Hacking, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, er ist meiner Meinung nach jemand, der aus dem Potenzial Gladbach ohnehin viel zu wenig gemacht hat. Und das zeigt sich einfach nur jetzt, finde ich. Und ihn jetzt bis zum Ende der Saison laufen zu lassen, ist weder, damit erreichst du gar nichts. Ich denke, wir werden tatsächlich am Ende hoffentlich vor Gladbach stehen. Oh Gott, oh Gott, Leute, Leute, es wird alles sehr spannend. Europas bester Mai wird das. Du kannst einfach mal ein paar Worte erzählen, was du da in Essen so getrieben hast. Was habe ich gemacht? Du kannst mir erzählen, was du so in Essen so getrieben hast. In Essen bin ich mit einem Kasten Bier auf eine Bühne gelaufen und habe mir einen Podcast-Preis abgeholt in der Kategorie Sport. Das ist schön, ja. Umschreibt es, glaube ich, sehr gut. Da wird es alles gesagt. Da wird es alles gesagt. War sehr, sehr lustig dort. Man hat ein paar bekannte Gesichter gesehen. Ja, wir haben uns natürlich gefreut. Mein Gott, also. Waren da ein paar Bekannte? Also, wer waren so alles da? Hier, Etienne macht doch so einen Podcast ohne richtigen Namen, Porn oder wie das heißt. Ach ja, die waren da, oder? Genau, aber Etienne selber war nicht da, aber die anderen Johnnies. Dann hier, kennst du noch Emily von Giga früher? Ja. Die hat das moderiert und dann, wenn habe ich noch die Kacke und Sachgeschichten? Kacke und Sach. Okay. Also, die waren auch einige lustig. Dann noch zwei, drei Leute, die wir schon auf der Subscribe kennengelernt haben. Ah, okay. Siehst du mal. Also, gleich wiedersehen. Und dann, ein 93-Hörer war dann auch da. Der war sehr, sehr lustig. und dann haben, wirst du dir das vorstellen können, Axel, ich und Enzo, Kasten Bier, Preis gewonnen, Essen steht uns drauf. Alles geht. Dabei, dabei. Sehr gut. Bin dann ziemlich verkatert nach Hause gefahren. War aber dann abends wieder unterwegs in Frankfurt, um am Sonntag wieder in Frankfurt unterwegs gewesen zu sein. Dementsprechend aufgequollen sah ich an der montäglichen Folge bei Fußball als Wetthausen aus. Konnte mich Gott sei Dank mit einer Frikadelle stärken. Hast du dich auch ein wenig zurückgehalten, das ist mir aufgefallen. Ja, nach und nach aufgetaucht. Aber gut, so ist es manchmal. War auch unfassbar früh, 8.30 Uhr. Und wir sind alle noch so ein bisschen gehandicapt von der Hinti-Army, die uns in den letzten Tagen auch so ein bisschen zugegeben hat. Das hat uns auch ein bisschen überfahren, muss ich sagen, Marvin und mich. Also Marvin und ich können gewisse soziale Kanäle, zumindest in Messenger-Dienste, nicht mehr komplett frei nutzen, weil viel, viel blockiert wird von Hey, wo gibt's T-Shirt? Was ich total süß finde. Das ist halt nur das absolute Dilemma, dass wir halt im Endeffekt kein Geld damit verdienen dürfen und uns dementsprechend und eigentlich offizielle Kanäle bemühen wollten, die aber, das kann man jetzt mal so schön umschreiben, ja, sehr ruhig sind und sich mit Antworten viel Zeit lassen. Ja, merkwürdige Strategie, aber gut. Ja, genaues Aussitzen, selbst wenn der eigene Spieler irgendwie sagt, ja, er hat Bock da drauf. Naja, gut. Wir können es nur anbieten, im Endeffekt. So ist es. Naja, aber muss man auch mal sagen, das war für Marvin und mich und alle Fußball-2000-Johnnies, das war schon, wie nennt man es so schön? Es war eine neue Dimension des Hypers, muss man schon sagen. Also das hat, so viele Nachrichten habe ich selten gekriegt, auch von Leuten mit den sehr langen. Ja, wahrscheinlich ja nicht nur Nachrichten, sondern auch so, wer alles das Ding irgendwie weiter verteilt hat und so weiter. Genau, also das ist ja dann irgendwann bei WhatsApp gelandet, das haben sich ja Leute rausgeklippt, dann ist es da gelandet, dann kamen Leute auf mich zu, die ich ewig nicht gesehen habe, haben gefragt, bist du das? Und dann, ja, also solche, das hat schon echt weite, weite Kreise gezielt und hat dieses, was gerade so abgeht, was auch geil ist, was ich auch echt feiere, das hat das noch mal ein bisschen gesteigert, also muss man schon sagen. Das war schon... Der Song ist auch ganz ehrlich, ich liebe den Song auch so, selbst wenn ich damit gar nichts tun hätte, das ist so einfach so lustig einfach. Ist leider ein bisschen zu kompliziert fürs Stadion, glaube ich. Ja, es wird ein bisschen schwierig werden. Schon ganz schön da oben. Ja, das definitiv. Wer hält mehr Ordnung als die Polizei, Martin Hinteregger, uh, da war ich, da war ich, wie hinterher, genau. Das ist doch geil. Ja, das ist meine Lieblingsstelle, Alter. Vor allem, wie auch geil, und Props nochmal an die Leute, die zum Dreh gekommen sind, wie die auch alle in diesem Moment mit ausgerastet sind. Oh ja, oh ja. Du siehst kurz vorher, achtet mal drauf, wenn ihr euch das zum hundertsten Mal anschaut, wie Marvin und ich vor dem Uda Weid dabei angucken und uns schon freuen, dass wir gleich brüllen dürfen. Ja, 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 geiler, was ist mit dem Trecker? Wer ist stärker, stärker ist nur als ein Trecker, oder hast du so? Stärker als er ist nur ein Trecker. Oder was? Martin Hinteregger. Es ist unfassbar, es sind auch so geile Reime und das Geile ist, wenn ich dann irgendwie nachgucke und sehe dann, naja, irgendwie, Leute, ja, irgendwie guter Versuch, aber irgendwie schlecht umgesetzt und dann denke ich mir, habt ihr echt gemeint, wir meinen das jetzt irgendwie total todernst? Das finde ich immer lustig, gell? Das findet man bei solchen Dingen echt, ja, ja, okay, wir müssen noch lernen, so weißt du, das war unser erstes Musikvideo, wo ich mir denke, hä, denken die Leute, dass wir Musikvideos produzieren in unserem Hauptberuf, oder was? Ja, ja, Wir haben uns dort morgens getroffen und wussten eine halbe Stunde bevor es losging, noch nicht mal, was wir machen. Ja, genau. Das muss man auch immer wissen, glaube ich. So, wie machen wir das denn jetzt? Wo laufen wir denn da hin? Oh, ich weiß nicht, gucken wir mal, hier, setzt hier die mal ein T-Shirt an, also für die Umstände war das schon sensationell gut. Auf jeden Fall und das Geile dann halt auch am Ende, wenn du überlegst, irgendwie dann nehmen Leute, das irgendwie so ernst und sagt, irgendwie, dass wir nur den hypen würden, weil er irgendwie, und das ist auch so ein grobkörniger Spieler, warum wir denn jetzt nicht die Spieler hypen, die jetzt irgendwie so total die Filigran-Technik sind, Leute, wir hypen jeden und, aber das hat sich halt da einfach mega angeboten und er ist halt auch ein geiler Typ, einfach, weil er halt so anachronistisch ist und irgendwie halt nicht irgendwie die ganze Zeit mit dem Handy rumdenkert oder sonst irgendwas, es ist einfach mal ein bisschen was anderes, aber das heißt nicht, dass wir den einen Handy lieber haben als, was weiß ich, als ein Abraham oder, oder ein Dacosta oder ein Hasebe, ich hab sie alle gern. Es ist aber schön, dass die Leute es einfach nicht mal genießen können, sondern eben nochmal so, direkt immer ab was suchen müssen, das ist fürchterlich. Das verstehe ich auch nicht, das ist wirklich, selbst bei sowas, was man ja auch ignorieren kann, zumindest ein bisschen, trotzdem ätzend. Also dann musst du dann, ja aber dieses, oh Gott, das will entspannen dich doch mal, ist ja eine lustige Geschichte, tut doch niemandem weh. Gut. Nein, habt ihr aber sehr schön gemacht, nochmal, wirklich hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Ich hab's mir auch schon bestimmt 50 Mal angeguckt. Und die Scheiße ist ich auch. Wirklich, ich glaube mir das immer wieder, wenn ich irgendwie mal kurz Zeit habe, denke ich, ach komm, guck ich mir das nochmal an hier. Gerade bei Erkwemme, ich hätte mich auch geregt, dann hilft das. Ja, es ist aber auch geil, und ich meine auch so das Feedback, was wir dann von sehr, sehr vielen Fans bekommen haben, die es einfach mega gefeiert haben, und hier einfach irgendwie, ey, ihr seid so bekloppt, und das ist absolut, total absurd. Also da war, das muss man auch mal sagen, so viel positives Feedback dabei, die sich auch mitgefreut haben, das finde ich auch sehr, sehr schön. Und, das muss ich auch sagen, sau viele von anderen Vereinen, die dann irgendwie gesagt haben, ey, mir geht eigentlich, normalerweise, interessiert mich das nicht, ihr geht mir so ein bisschen auf den Sack, aber da musste ich jetzt schmunzeln. Das finde ich eine schöne Sache. Und also, also ja, ich meine, wir haben jetzt eben ein, zwei negative Punkte rausgestrichen, aber der Groh, das Groh ist ja halt mega geil. Ich meine, allein die 20, 25 Leute, die dann spontan irgendwie da hingekommen sind, und mit uns um halb elf, das war ja auch eine scheiß Uhrzeit, um halb elf, ja, da musst du ja wirklich aktiv dann freinehmen oder musst dann halt sagen, okay, ich mache mal eine frühe Mittagspause, wie die Pia zum Beispiel. Das ist doch alles geil und deswegen freue ich mich halt, dass Leute das auf sich nehmen und nicht nur mit einem schönen Chart belohnt werden, sondern auch mit einem der viralsten Videos im März 2019. So, dann lasst uns jetzt mal zu anderen, vielleicht viral ähnlichen Dingen kommen, nämlich zu dieser Kategorie hier. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Und dann müssen wir mal noch die Liste abarbeiten von den Menschen, die uns diese Woche als Dummschwärzer genannt worden sind. Aber erstmal müssen wir natürlich auflösen, wer letzte Woche hier das Rennen gemacht hat. Wer war denn euer Favorit letzte Woche, sofern ihr euch noch erinnern könnt? Ich erinnere mich, war das nicht so eine Mammut-Liste? Na, ganz so Mammut-artig war sie nicht. Also, wir hatten Uli Hafe, Verschiedenes. Wir hatten den kompletten DFB. Dann hatten wir, jetzt will es hier gerade nicht umspringen, die ARD für ihre komische Hooligan-Pseudo-Reportage. Dann hatten wir den Herrn Schatzschneider. Dann hatten wir Ralf Rangnick mit seiner Bolzplatz-Geschichte. Dann hatten wir diesen Twitterer Conny Winkler. Dann hatten wir den Herrn Kakao. Und zum Schluss noch den Herrn Nagelsmann, der nicht ständig irgendwie zu jedem Scheiß befragt werden möchte. Das ist mein Geheimfavorit. Du bist für Julian. Nagelsmann ist wirklich, das ist eine feine Sache. Wahrscheinlich entweder Kakao oder DFB. Marvin, was meinst du? Kakao. Uli Ha ist natürlich auch immer von dabei, wenn er mit in der Liste steht. Das ist schwieriger Gegner natürlich. Ja. In dem Fall nicht Uli Ha, nicht mal unter den Top 3. Auf Platz 3 mit 17,9% der DFB. Auf Platz 2, Basti ist Geheimfavorit mit 19,9%. Julian das Körnerbrötchen Nagelsmann. Und auf Platz 1 mit 32,1% der Herr Kakao. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. So, dann müssen wir mal gucken, wen wir da diese Woche auf der Liste haben. Und gleich der Erste wird mehrfach nominiert oder für die unterschiedlichsten Dinge. Und zwar hat der Julian uns gleich zwei E-Mails geschickt. Und ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Und zwar nominiert er Ulrich H. mal wieder. Mit seinem Hinweis darauf, dass wenn er doch mal abtritt, er einen blühenden Verein hinterlässt, der den Leuten Spaß macht und der gesellschaftliche Werte vermittelt. Und in einem zweiten Artikel er, weil er sich ja erst verzögert geäußert hat, zu dieser ganzen Löw-Thematik, da mit dem Herrn Löw er alleine den Shitstorm erspart hat. Ist das nicht gönnerhaft von ihm? Das habe ich auch gesehen. Das war Uli Hoeneß in der Nutshell. Ich sage nichts, aber ich sage euch, dass ich nichts sage, um dann kryptisch zu sagen, was ich gesagt hätte. Dann hast du es doch eigentlich eh doch gesagt. Das ist wie Leute, die eine Story ihm ankündigen, sagen, ah nee, darf ich nicht erzählen. Ja, dann sag mir doch nicht, dass du überhaupt was erzählen hast. Was ist der mit dir? Ah nee. Ja, ich sag halt. Ah, na, na. Ja, ganz ehrlich, das ist einfach nur das Testen, ob diese Meinung noch eine Relevanz hat. Was hätten die Leute denn gedacht? Hätte sich einer gewundert, wenn der auf seine polternde Art und Weise die drei Spieler verteidigt hätte? Nee. Das wäre wieder nur auf absurde Weise passiert, dass es den Spielern im Endeffekt gar nicht mehr geholfen hätte, sondern im Gegenteil. Ja, stimmt. Können die Spieler sogar noch froh sein. Und im Endeffekt, dass Hoeneß sich, was hat Hoeneß denn dann nach dem, was hat Löw hat doch in Holland gewonnen? Ich bin der Letzte, der die Mannschaft verteidigen will, aber Löw hat doch in Holland gewonnen. Bei einer aufstrebenden jungen Mannschaft mit vielen geilen, aufregenden Talenten. Gewinnt 3-2. Hat er jetzt einen Fehler gemacht? Nein, also, soll doch still. Was ist denn? Thomas Müller. Wo ist Thomas Müller denn? Ja, die haben dann, also Leute, da reg ich mich schon wieder auf. Mann, ich muss wieder das Buch von der Zambri in die Hand nehmen. Warte, warte. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe Uli Haar gemutet. Ich habe so das Gefühl, es reicht jetzt mit der ganzen Aufmerksamkeit, die der bekommt. Ich habe jetzt beschlossen, er ist zu alt und er darf keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Er hat jetzt zu viel dumme Scheiße erzählt und jetzt ist es einfach gut. weißt du, so das Scheißemaß ist jetzt voll. Der letzte Tropfen ist jetzt einfach voll und jetzt muss er lang abwarten, bis es wieder abgebaut ist, damit irgendwie der nächste Scheiße-Tropf wieder draufkommen kann. Aber das sehe ich aktuell einfach nicht. Und bis das aber nicht abgebaut ist, werde ich ihn mit keinem Satz mehr würdigen. Also wenn er jetzt nicht irgendwie der nächste Bundeskanzler werden will, werde ich nicht mehr über ihn sprechen. Oder DFB-Präsident. Also wenn er alles unter DFB oder Bundeskanzler, also wenn alles da drunter, wird er keine Erwähnung mehr bei mir finden. Weil, gute Idee. Ich wollte auch gar nicht auf ihn zu sprechen kommen, sondern auf die allgemeine Journalie, die kommt natürlich immer wieder aus den bekannten Ecken, wenn es um den FC Bayern geht, die dann quasi diese drei Spieler in der Art verteidigen wollten, dass sie gesagt haben, ja, das ist so beeindruckend, dass sie beim Heimspiel gegen Wolfsburg eine Reaktion gezeigt haben. Ja Leute, beim Heimspiel gegen Wolfsburg weiß ich nicht, ob man da irgendwas ableiten kann, ob eine Reaktion ist, wenn du gegen Wolfsburg spielst, die sowieso sich irgendwie schon auf was aufgegeben haben. Ich weiß nicht, ich fand die Entscheidung von Anfang an gerechtfertigt, weil man ja viele Sachen gehört hat, die da auch nicht nur sportliche Gründe hatten, sondern dass man auch gesagt hat, das sind halt auch drei faule Äpfel in einem Mannschaftskonstrukt gewesen. Und du hast, ähnlich wie wir das zum Beispiel auch mit Alex Meyer hatten, die Diskussion, klar kannst du Hummels und Müller nominieren, vielleicht sogar noch von der Leistungsstärke, vielleicht sogar noch rechtfertigen. Aber dann hast du doch ständig das Gelaber, wenn Müller fünf Spiele hintereinander auf der Bank sitzt. Ja, stimmt. Und das bringt es halt momentan nicht. Und wenn mir einer erzählen will, dass Müller besser als Leroy Sané ist, dann soll er mich in Ruhe lassen. Mehr will ich auch zum was zur Mannschaft gar nicht sagen, ich habe gar keine Ahnung mehr davon. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Die zweite Nominierung kommt von Ed Kukinho 2019 und zwar die UEFA für ihre Champions League Reformpläne. Er schreibt noch dazu, wenn es Auf- und Absteiger gibt, haben die kleineren Vereine fast gar keine Chance mehr an die großen Geldtöpfe zu kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dieser Champions League Reform noch nicht wirklich beschäftigt. Ich schrieb das noch so ein bisschen vor mir her. Ich habe eben eine E-Mail bekommen mit Reinhard, da steht also an meiner Berufsadresse Reinhard Grindel, also Reinhard Grindel at web.de Ihre Nachricht It's just another Marvin's Denklo. Schön. Ich habe es gerade bekommen. Keine Ahnung. Wunderbar. at web.de gemacht hat, aber hat Großartig. Musste ich jetzt sofort mitteilen. Danke. Danke. Wer auch immer auf diese Idee gekommen ist, es gibt ein Fleißsternchen. Auf jeden Fall. Feine Sache. Okay, scheint eine Fake-Adresse zu sein, aber ganz lustig. Bist du da sicher? Ja, weil ich habe eine Urlaubsnotiz eingestellt, dass ich halt nicht da bin und dann geht dann automatisch halt eine E-Mail raus und die ist aber jetzt wieder zurückgekommen. Also insofern aber trotzdem hat mich sehr erfreut. Grüße. Sehr gut. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, alles gut. Möchtet ihr noch was zur Champions-League-Reform sagen? Habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt? Nee. Ich habe nur gehört, es soll Auf- und Abstieg geben, stimmt das? Ja. Ja, ja, das soll es geben. Das habe ich auch verstanden. Das muss man, aber du René, das muss man auch hin und her schieben. Ich blicke da überhaupt nicht mehr durch. Ich werde jetzt immer nur gucken, was nächste Woche ist, wer da spielt, wie die Konstellation ist, weil diese ganzen Pokalen und der macht dies und dann macht der das. EuroLeague 2 gibt es ja auch noch irgendwann. Ja. Ich komme da ja jetzt schon nicht mal hin. An die Hörerinnen und Hörer da draußen, wer wirklich verstanden hat, welchen Wettbewerb es da wann gibt und wo die Zugangsvoraussetzungen sind und wer wann wo wie in welcher Konstellation da spielt, der möge sich doch bitte bei mir melden, weil ich würde das wirklich dann gerne mal in so einer Sonderfolge irgendwie thematisieren, weil ich blicke nicht durch. Ich würde mir das gerne mal von jemandem erklären lassen, der es verstanden hat. Weil ich glaube, da ging es auch nicht nur um die Champions-League, sondern auch die EuroLeague soll da auch mit der reagiert werden. Das ist alles ein bisschen komplizierter als das jetzt hier in dem einen Kommentar. Aber prinzipiell ist das völlig richtig. Das wird immer beschissener für die kleinen Vereine. Ohnehin mit Auf- und Absteiger ist ja immer die Konstrukte etwas schwierig. Dementsprechend prinzipiell auf jeden Fall kann man dem zustimmen, dass das Mist ist, dass das System immer mehr ausgeschlachtet wird. Aber muss man einfach mal gucken. Ich habe Angst, weil diese Klub-Weltmeisterschaft war ja eigentlich eher ein Angriff von der FIFA auf die UEFA. Zu denken, ey, wir ballern, wir wollen jetzt auch mit Klub-Mannschaften noch Asche machen. Und ich habe Angst, dass die auf dem Rücken des Fußballs und den Fans natürlich und auch den Vereinen fast sogar, also zumindest dem Großteil der Vereine, den normalen Durchschnittsvereinen, jetzt ihren Privatkrieg austragen, wer noch mehr rausquetschen kann aus diesen ganzen Teams und Spiel und Kalender. Das Gefühl, was ich jetzt gerade habe, auch wenn ich da nur Halbwissen habe, das ist kein gutes. Also ich habe, das ist kein gutes Gefühl im Sinne von, wir kreieren einen unaufgeregten, attraktiven Wettbewerb, sondern das geht eher in die Richtung, ja, UEFA gegen FIFA. So, wer kann jetzt hier den geileren Wettbewerb zaubern? So, keine Ahnung. Das ist ein bisschen skurril alles gerade. Ja, also das ist genau der Punkt. Und ich finde es auch schade, ehrlich gesagt, weil es unnötig ist. Ich meine, ich hatte letztens doch schon zu Basti im Geheimen gesagt, weil man traut sich ja dann kaum diese Meinung auch völlig zu vertreten, aber also so eine Reform der Club-Weltmeisterschaft, wenn es sinnvoll strukturiert, würde ich das gar nicht so dramatisch finden. Ich hätte da schon ehrlich gesagt ziemlich Bock drauf, wenn zum Beispiel die Champions League ein bisschen leaner wäre, wenn da nicht Milliarden Mannschaften am Start wären, sondern halt ein paar weniger. Also nächstes Jahr könnte es noch vier sein, weil es ist ja die Eintrachter da drin, aber in Zukunft könnte es auch weniger sein. Aber so eine leanere Champions League und dann aber im darauffolgenden Jahr so eine Club-Weltmeisterschaft mit halt irgendwie den Teams, die halt die Regionalmeisterschaften, Weltmeisterschaften gewonnen haben oder sowas. Oder Regional, ach du weißt schon, Regional-Champions League und so weiter und so fort. Das würde ich schon ganz geil finden. Ich mag das eigentlich. Ich finde das ein geiles Konzept. Ich habe jetzt gern so Poker Juniors gegen Eintracht Frankfurt im Weltkampf. Das ist kein Problem. Das kann ja schon mitmachen. Aber es muss halt alles mit Maß passieren. Vielleicht dann lieber im Sommer oder sonst was. Keine Ahnung. Aber dass jetzt aber da wieder was umstrukturieren wird, da verliere ich ja leider langsam den Überblick. Ich habe so das Gefühl, man müsste mir jede Woche so ein Erklärbeispiel zeichnen, damit ich es noch umgegaffe. Schönen Erklärfilm machen. Ja, es erinnert so ein bisschen, was du eigentlich bräuchtest, ist das, was es momentan für diese quasi in täglicher aktualisierter Form für den Brexit gibt. So, wenn dies, dann das. Wenn das, dann da. Also sowas bräuchtest du mittlerweile eigentlich für diese ganzen internationalen Wettbewerbe, um da überhaupt mal irgendwie durchzublicken. Ja, genau. Was es halt auch irgendwie nicht wieder besser macht. Aber gut. Dann haben wir noch einen weiteren Nominierten und der wurde uns geschickt von It Sounds To Move und zwar nominiert er den Verfasser oder die Verfasserin, ich weiß es gerade nicht genau, dieses Spieltagsberichtes zu Mailand in diesem Ultras-Magazin. Schwarz auf Weiß heißt es, glaube ich, ne? Ja. So heißt das Magazin, ja. Genau. Ich weiß nicht, habt ihr den Beitrag gelesen? Ich habe mal drüber gelesen, ja. Es ist natürlich diese Kritik, ich kann verstehen, dass die Leute sich da ein bisschen aufregen, weil ja so die Aussage so ein bisschen ist, ja, diese dummen Normalo-Fans, die da mitfahren, die brauchen wir gar nicht, wir wollen unsere Tour hier haben mit unseren coolen Extremo-Fans, nenne ich es jetzt mal. Das ist die Aussage. Extremo klingt sehr, sehr geil. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Es ist, man kann verstehen, dass da, das Magazin ist natürlich auch nicht für die große Masse gedacht. Das ist halt auch so ein Hintergrund. Es ist ein kleiner Kosmos und ich persönlich reg mich jetzt nicht so auf die Aussage, auch hinten mit den, mit den, ja, Pyro-Aktionen, die da gelaufen sind. Es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, Pyro prinzipiell ist super, sondern sie grenzen ja schon ab, dass alles, was die Hand verlässt und so weiter, was wir ja eigentlich auch hier vertreten. Deshalb also diese Riesenaufregung darüber kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Prinzipiell ist es halt auch ein Magazin für einen kleinen Nutzerkreis und wenn natürlich daraus Sachen gezogen werden von Leuten, die im Endeffekt an einer anderen Auffassung sind, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, da zu diskutieren. Aber vielleicht sehe ich das auch nur so. Oder wie seht ihr das? Ne, ich schließe mich da vollumfänglich deinen Ausführungen an. Ich finde es ein bisschen unnötig, das jetzt komplett aufzubauschen, weil das dem Prozess auch nicht zuträglich ist. Weil die Kommunikation von den Ultras und die Taten, die dann passiert sind und diese Treffen mit den Fanclubs und so, die waren eindeutig, das reicht mir aus, als dass wir uns jetzt auf einzelne Meinungen stürzen müssen. Weil ich kann auch eine einzelne Meinung finden, die komplett skandalös ist von der anderen Seite. Aber warum sollen wir es machen? Das ist doch genau die Mechanismen, die wir nicht haben wollen. Ich kann mir jetzt eine extreme Aussage von irgendjemandem raussuchen, der wahrscheinlich sogar das Vorgehen von Beuth und der Polizei verteidigt, weil Fußballfans assis sind. Gibt es auch. Kann ich sagen, die normalen Fans sind voll blöd, die sehen es so. Dann kann man es genauso machen, dass man so... Ja, genau. So, und das kann man auch so machen, man kann diesen Text, wie Dennis es gesagt hat, natürlich interpretieren, dass es da eine Verharmlosung stattfindet, dass da auch eine Abgrenzung stattfinden soll. Ja, aber dann geht doch nicht immer auf alles ein. Was ist denn los? Das ist doch kein offizielles Statement gewesen im Sinne von, ja, das steht was weiß ich wo und da steht auch nicht drin von wegen, ja, wir wollen das behalten, dass wir immer Raketen aufs Feld schießen dürfen und das steht doch da nicht. Das ist wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, Anna hat das sogar so heute getwittert. Natürlich gibt es Sachen, die man muss mal kritisieren, aber vielleicht nicht eben zwei Schritte zu früh, weil dann fangen wir nämlich an, uns nur noch aufzuregen über Sachen. Ja. Klar kann man das kritisieren, es kommt ein bisschen auf die Art und Weise an, finde ich. Man kann das kritisieren, aber diese Dramatik, die ich dann teilweise bei Twitter schon wieder gesehen habe, so, ja, das kann nicht wahr sein, das wäre ein Riesenskandal. Ich habe dann gedacht, oh Gott, was steht denn da? Und dann habe ich es gelesen, habe ich gesagt, Leute, chillt doch mal, natürlich ist es jetzt nicht, das ist kein super Text, das ist auch zuträglich der Situation, sage ich auch nicht, ich will es auch nicht verteidigen. Man muss aber jetzt nicht durch dieses Ding, die eh schon schwierige Situation, noch mehr anzünden. Also da muss man gucken, dass man da irgendwie rational vorankommt, zu sagen, ey, es gibt keine Pyramädie-Saison, fertig, wir verlassen uns auf euch, in Lissabon passiert nichts, so. Wenn in Lissabon wieder was passiert, dann muss man natürlich nochmal neu reden, so ist es halt. Ja, also ich will auch ganz klar noch dazu sagen, was ich als wesentlich wichtiger empfinde, ist die Tatsache, dass am Sonntag vor dem Spiel ja von, also mit vielen Fans geredet wurde, Nord-West-Kurve, die sich eindeutig irgendwie auch dazu geäußert haben, da waren ja, also es gab ja diesen Treff von Ultras und Nord-West-Kurve, was die weißt du ja auch, haben wir ja auch mitbekommen, ne, und da gab es ja deutliche Statements, dass halt, dass jetzt erstmal nicht mehr stattfindet mit den Puros, also dass man ganz strikt dagegen ist, dass man auf jeden Fall will, dass in Lissabon alles ruhig bleibt, man will überhaupt nichts mehr gefährden und so weiter und sofort mal verurteilt, auch das, was da war. Das ist für mich das wesentlich wichtigere Statement, das mit einer größeren Schlagkraft, als die Einzelmeinung von einem offensichtlich leicht verirrten, wo ich auch genau sagen muss, ich meine, natürlich schreibt er in diesem Magazin, ja, keine Ahnung, das ist aber auch eine Meinung, die muss man halt so stehen lassen, das Einzige, was mich da ein bisschen geärgert hat, war, dass dieses über den Kamm scheren von einer Masse, die an Fans, ja, wie er das wahrscheinlich sieht, Event-Fans oder so, also die halt dazukommen, natürlich sind die halt anders, also ist halt einfach so, ja, dass man die dann alle so negativ betitelt, weil sie ein Smartphone haben, naja gut, whatever, ist halt so, ja, aber da hat der Basti schon vollkommen recht, wir müssen da auch allein einfach viel mehr aushalten und ich kenne den Typ nicht, der hat ja auch noch nicht mal irgendwie einen Namen darunter geschrieben, ja, also ich weiß nicht, ob jemand, der keinen Namen unter seinen Text schreibt, wesentlich besser ist, als die Leute, die er kritisiert, außer den Smartphone nutzen. Da ist aber noch ein wichtiger Punkt, mal was du ansprichst, was er natürlich auch kritisiert, ist ja die Gruppierung, die im Endeffekt brüllt und ihr wollt Eintracht Frankfurt sein, das passt natürlich nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass diese, dieser Konflikt, dieser Fan-Konflikt und so weiter auch als Argumentationslinie für nicht die ganze Fan-Kurve ist, hier ja drauf aus, Randall oder sonst irgendwas zu machen, das Strafmaß vielleicht auch etwas, hat man ja letzte Woche schon drüber gesprochen, eventuell auch ein bisschen mit beeinflusst hat, dass man gemerkt hat, das sind nur ein paar Einzeltäter und so weiter, also ich denke gerade, der Punkt, den er kritisiert, nämlich zu sagen, ja, ihr Idioten vom Oberrang habt da noch gebrüllt und ihr wollt Eintracht Frankfurt sein, was seid ihr für welche, jetzt mal natürlich nicht O-Ton, aber grob steht das ja schon auch teilweise drin, wo man sagen muss, ich glaube, das ist der falsche Ansatz, weil gerade das natürlich auch eventuell dazu geführt hat, dass wir eben kein Geisterspiel oder sonst irgendwas jetzt in Lissabon haben, sondern zumindest 3200 Leute einen schönen Spiel erleben können. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn das ist genau die Verteidigungsstrategie, die die Anwälte unter anderem Schickhardt von der Eintracht dann dementsprechend auch angewandt haben. Das ist genau der Punkt und das ist halt der Mangel an Weitsichtigkeit, den er in diesem Beitrag halt gezeigt hat, weil ohne das, ohne diese Reaktion, wie man immer sie finden kann, ich bin auch kein großer Fan davon, von einer Fangemeinde, die sich irgendwie entzweit, aber man hat gemerkt, es ist sinnvoll, dass es diese Gegenstimmen gibt, weil du so mehr Argumentationsmöglichkeiten hast. Also insofern, aber whatever, wie gesagt, da steht kein Name drunter und dann ist es mir auch egal, keine Ahnung, wie viele lesen das so, weißt du, keine Ahnung, das ist halt, ehrlich gesagt, das ist halt so, das ist dann so eine Eintracht-Bubble, mit der wir uns befinden und darüber vielleicht aufregen, während sich andere dann in der Twitter-Bubble über irgendwas aufregen. Keine Ahnung, wenn ich mir anschaue, wie unfassbar unsachlich die Diskussion und das Rammstein-Video verlaufen ist, dann muss ich mir auch die Frage stellen, was ist denn mit euch allen los? Also dann gibt es immer so eine selektive Wahrnehmung von Leuten, die die eh Kacke finden, finden dann alles Kacke. Ich bin auch kein großer Fan von Rammstein, aber wenn man Dinge kritisieren will, muss man sie auch vollumfänglich kritisieren, kann sich nicht immer nur Textzeilen rausnehmen oder Sekunden, sondern musst du halt alles kritisieren. Und wenn du es dann tust und dann zu der Meinung kommst, das gefällt mir nicht, das finde ich Kacke und ich finde es auch Kacke, dass da Dinge gezeigt werden, von denen mein dafür halt nicht gehen, dann sage ich, hey, vollkommen richtig, vollkommen okay, nach deiner Auslegung dann in Ordnung. Aber dann diskutieren wir sachlich und mit wesentlich weniger Emotionen und das ist aber von vielen dann gar nicht mehr gewünscht, weil es dann halt gar nicht so in die Tiefe gehen soll, um einer Versachlichung entgegenzutreten. Aber lieber schnell irgendwie Dinger raushauen und sich irgendwie gegen, die Hauptsache mein Tweet hat fünf Likes mehr oder so oder whatever. Ja, das finde ich auch bedenklich. Lustigerweise hatten wir genau das gestern mal dran, dem Zweck, den eigentlich Diskussionen haben sollen, überhaupt nicht zuträglich. Ja, weißt du, was das Geile ist? Das Geile ist, ich habe euer Ding jetzt von 3.19 noch nicht gehört, aber das Interessante ist, wenn du eigentlich zum Beispiel sagst, du findest, keine Ahnung, Rammstein kack. So, das Beste, was du tun kannst, einfach gar nicht über dein Lied sprechen. So, einfach, weißt du, wenn du dann sagst, weißt du, die finde ich Kacke, das nervt mich, das Lied, ja, einfach gar nicht drüber sprechen, weil dann gibt es keine Aufmerksamkeit und die bekommen weniger Likes. Oder? Ja, das ist auch für mich selber besser, wenn ich mit Dingen, die vielleicht grenzwertig sind, aber ich muss mich ja nicht mit allen Sachen auseinandersetzen. Ich weiß ja auch nicht, dass Leute das einfach alles immer an sich ranlassen. Wie können die denn glücklich werden, wenn die teilweise wie Trüffelschweine auf der Suche sind nach Sachen, über die sie sich aufregen können? Also das ist ja allein von der Logik her nicht so gut. Natürlich darf man nicht alles ignorieren, aber man muss, glaube ich, für sich selber immer einen Grad finden von Sachen, okay, da lohnt es sich und da nicht. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wenn ich mich drei Tage über ein Rammstein-Video aufrege. Ich bin mir nicht sicher. Ali, da rege ich mich lieber drei Tage über ein Grindel aus, denn das hat ein positives Resultat, denn irgendwann A, das und B, hat das auch konkretere Auswirkungen auf das, was, keine Ahnung, im Fußball passiert und da irgendwo Entscheidungen getroffen werden und oder Eintracht schlecht dasteht oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich versuche es auch zu ignorieren. Machen wir mal weiter. Wir haben noch einen Hörernominierten und Marvin ist schon wieder kurz vorm Einnicken. Ja, Leute, es ist elf Uhr, ne? Ja. Es ist halb elf. Halb elf, oder? Ja, gut. Und zwar letzte Nominierung, die wir von einem Hörer beziehungsweise von zwei Hörern geschickt bekommen haben und zwar von Ette-Jan-Schuster und vom Joe und zwar in dem Fall den Herrn Grindel, den haben wir für zwei Sachen nominiert bekommen, einmal als Dummschwätzer und einmal für die gute Tat. Wir haben uns entschlossen, ihn in den Dummschwätzer zu schieben und dafür den Platz in der guten Tat für etwas viel Wichtigeres freizulassen. Die beiden möchten ihn nominieren für seinen dann doch sehr merkwürdigen Erklärungsversuch bezüglich seines Rücktrittswertens. Er hat eben schon recht ausführlich, also auch da eine durchaus würdige Nominierung. Jo. Habt ihr noch Ergänzungen für unsere Liste? Ist euch noch jemand besonders dummschwätzerisch aufgefallen in der vergangenen Woche? Ja, aber die werde ich nicht nominieren, weil ich genau diesen aufgeregten Diskussion auf den Weg hier will einsprach. Fallen täglich fünf auf. Ich werde aber aus diplomatischen Gründen auf eine Nominierung verzichten. Im Sinne des guten Willens. Im Sinne des guten Willens und des Friedens. Dann würde ich sagen, haben wir eine nicht ganz so lange Liste, aber doch mit berechtigten Nominierten auf der Liste. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr geht auf eintracht-podcast.de auf die aktuelle Folge. Dort findet ihr die Abstimmung. Ihr klickt, wer aus eurer Sicht den Domschwätzer der Woche in der in dieser Woche abgeben soll und dann werden wir in der nächsten Woche mal gucken, wer das Rennen gemacht hat. Nur kurz, was mich eben irritiert, also was ist denn los mit der deutschen Sprache mittlerweile? Also ich meine, ich bin ja auch nicht unbedingt ja, ein Wortakrobat manchmal gerade zu fortgeschrittener Zeit, aber wenn ich dann lese in der Überschrift Abstieg immer perfekter. Was heißt denn das? Also entweder er ist perfekt, dann ist er 100 Prozent. Perfekter, was soll das denn sein? Also ich meine, entweder er ist perfekt oder er ist perfekt. Der Abstieg ist immer perfekter, Hannover schmückt das immer mehr aus und das ist der perfekte Abstieg. Schlechteste Mannschaft weltweit. Das ist gerade so ein bisschen gelesen und ich habe gedacht, naja, schlechteste Mannschaft weltweit. Der Abstieg wird immer perfekter, das ist ja toll. Das hat sich irgendwie fast sogar positiv an. Das wäre jetzt auch so mein Punkt gewesen. Ich habe meine Küche neu gemacht, es wird von Tag zu Tag umso merker Arbeit, umso perfekter wird meine Küche. Das könnte ich vielleicht noch akzeptieren, aber gut, Marvin hat schon recht, wenn man es unterbricht. Perfekt ist halt schon perfekt. Ja, aber wie du schon sagst, in der Tat ist es etwas, was ja eigentlich sehr negativ ist und man versucht es damit irgendwie krampfhaft sehr positiv darzustellen. Das finde ich gerade auch so ein bisschen merkwürdig, aber gut. Was war das gerade? Was war was gerade? Hat dein Hund sich geschüttelt? Nein. Was? Ja, irgendwie habe ich etwas gehört gerade. Na gut. Bevor Marvin hier weiterhin komische Dinge hört und Basti sich die drölfzigtausendste Zigarette anmacht, sollten wir langsam mal hier vorankommen und zur nächsten Kategorie voranschreiten. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm geben müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und diese Woche haben wir in unserer guten Tat der Woche einen Vorschlag bekommen vom EFC Appleware, wo ihr in der Tat liebe Hörerinnen und Hörer etwas Gutes tun könnt. Und zwar gibt es gerade eben den Aufruf für die kleine Mathilda, die an einer Art, ja, ist, glaube ich, eine Art von Krebs, also es ist Krebs, aber irgendwie wieder so eine Aus, weiß nicht, Mutation, wie auch immer, erkrankt ist oder wieder einen Rückfall erlitten hat und jetzt auf sehr kostspielige Behandlungen angewiesen ist und es gibt eben den Aufruf dort zu spenden für das kleine Mädchen. Ich verlinke euch mal den entsprechenden Tweet, da stehen Kontodaten, PayPal-Daten etc. drauf und wenn ihr auf ein bisschen Geld verzichten könnt und was Gutes tun wollt, dann ist, glaube ich, das gerade eine sehr gute Stelle, um das zu tun. Ja, von daher vielen Dank für den Hinweis und wir verlinken das und wenn da noch ein paar Euro für das kleine, für die kleine Mathilda zusammenkommen, dann ist das, glaube ich, mehr als sinnvoll. Das finde ich super, das finde ich super. Ja, ansonsten könnte ich noch sagen, ähm, der Baden-Babo, geiler Typ aus Frankfurt. Bester Typ Europas. Ja, geiler, geiler Dude auf jeden Fall, letztens mal mit ihm gefahren, nach dem Spiel von der Eintracht, also vom Stadion weg und der hat dann die ganze Zeit auch die Fans noch angeheizt, hat gesagt, wer, die schüpfelst Offenbacher, hey, hat er in seiner Bahn gemacht, super, geil. Und dann hat er auch sogar Pflastersteine und wir haben uns alle so gedacht, okay, was ist hier los? Also, total eskaliert, geiler Typ auf jeden Fall und der Baden-Babo Peter Wirt, heißt er mit normalem bürgerlichem Namen übrigens auch bei Twitter zu finden und der hat letztens beim Hessen-Quiz abgeräumt, was man so, wenn man ein ganz smarter Burschi ist und hat seine Reise, seine Andalusien-Reise jetzt einem kranken Kind geschenkt, das finde ich echt cool. Ich glaube, das kleine Mädel hat auch irgendwie Krebs und jetzt kann die Family und sie können jetzt die Reise antreten, wo er gesagt hat, hier, mach dir das mal. Finde ich eine super Sache, auch gute Tat der Woche, auch wenn es retrospektiv ist und ihr bei dem anderen natürlich auch selber noch ein bisschen Geld spenden könnt, aber für kranke Kinder finde ich eine geile Sache auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Sehr gut. Alter, wenn wir in dem Alter, in dem er ist halb so fit sind, dann läuft der Dax ohne Scheiß. Dann ist das nichts mehr mit. Das ist geil, das ist schon ein cooler Typ, ey. Ja. Könnte auch mal in einen Eintracht-Podcast kommen, Bahn-Barbo-Meets-Eintracht-Podcast. Dann explodiert dieses Internet aber, glaube ich. Geiler, du liebe, dann können wir auch bei Fußball 2000 mal mit dem zusammen Sport machen. Oh Gott, dann sprechen wir halt noch. Ich wollte gerade sagen, da können wir nie mehr, Alter, so sterben wir in der Sendung. Ey, ohne Scheiß, ohne Scheiß, eine gute Idee. Fußball 2000 meets Bahn-Barbo. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt, ich gucke mir gerade hier auf seinem Twitter-Profil die letzten Bilder an, wie er da einfach mal so im Stehen an dieser Laterne, wo dieses Schild für das Hessen-Quiz aufgehängt ist, dieses Spagat macht. Ich glaube, der zerreißt euch in der Luft. Ich würde es mir natürlich angucken, allein schon aus redaktionellen Gründen, aber ich weiß nicht. Vielleicht fordere ich ihn zu einem Kampf heraus. One on one. Oder euch gehen nicht noch besser, da müssen wir wirklich, das wollte ich Marvin, habe ich auch vergessen, Marvin noch vorzuschlagen. Werde ich nochmal detailliert ansprechen. bei Fußball 2000 auf jeden Fall gerne mal bei Sigi, ich habe gestern bei 390 vorgestellt, bei Sigi, Sigi veranstaltet in Darmstadt, rauf und Angelkurse. Mit anschließendem, ausgiebigen Kuscheln. Sehr, sehr dubiose Anzeige, die mir da untergekommen ist. Wer weiß. Ganz viele Parallelwelten. Heute habe ich übrigens auch gelernt in einer meiner beliebtesten WhatsApp-Gruppen, meinen Boys, es gibt 6.000 Vereine, die sich mit dem Thema Rammler beschäftigen. Du meinst jetzt das Tier. Das Tier, genau. Es gibt wirklich 6.000 Vereine. Das finde ich irgendwie krass. Also diese Zahl hat mich echt überfahren, zu denken, okay, da gibt es echt viele Leute, kommen dann da hin, gucken sich die Hasen den ganzen Tag an, sagen, oh, da hast du schöne Nase, die da hast. Das sind Parallelwelten, da würde ich irgendwie gerne mal eintauchen manchmal. Liebe Grüße an alle Rammler-Fahne. Europas erfolgreichste Rammler. Working on it. Oha. Kommt gut, wird spät. Wir driften ab, dann lasst uns mal noch ganz schnell zur letzten Kategorie abbiegen, und zwar dieser hier. Da bin ich doch auf den falschen Kopf gekommen. Ich weiß auch, was passieren könnte. Da habe ich gerade auch gedacht. Das ist gerade so der Kategorie. Ja, ja, ja. Nein, wir wollten natürlich dieses hier jetzt zum Abschluss machen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin, und Dennis. Das kommt davon, wenn man... Wunderbare Chill-Out-Musik. Das definitiv. Ja, und ich muss, glaube ich, dann doch hier mal sämtliche Knöpfe auf meinem Soundboard beschriften, damit ich da nicht aus Versehen nachher wieder... Auch mal in Axel erkennt es da gut aus, wie man mit... Ja, aber dann muss ich mich ja auch wieder einen Fahrstuhl einbauen. Das ist doch auch... Ich habe eine ganz kleine Empfehlung diese Woche. Ich hatte es vorhin schon mehrmals angesprochen. bei den Elf Freunden gibt es eine kleine Klickstrecke der 20 schönsten Skandale von Reinhard Grindl. Es sind nicht alle drin, auch wenn sie schreiben, alle. Ich würde sagen, da fehlt der ein oder andere. Aber wer noch mal so ein bisschen Erinnerungen braucht, zum Beispiel, wie viel tatsächlich für diese Präsidiumssitzung in Brasilien ausgegeben würde oder wie Reinhard Grindl gegen Bestechungen für Abgeordnete gestimmt hat oder für... Oder... Der kann sich das da alles noch mal angucken. Was habt ihr denn noch so aus der Empfehlungsgiste? Ich habe tatsächlich nichts zu empfehlen im Moment. Ich würde... Da liebe Grüße an die Elf Freunde. Ich würde die neue Elf Freunde empfehlen, wenn ich sie endlich auf mein iPhone laden könnte. Aber das geht seit zwei Wochen nicht mehr. Wurde versprochen, da wird sich drum gekümmert. Da dauert ein bisschen. Das heißt, nachdem du sie nicht per Post bekommst, bekommst du sie jetzt auch nicht mehr elektronisch. Genau. Das ist natürlich harte Kost. Wie krass ich mich eigentlich schon daran gewöhnt habe, das ist die Printausgabe von Elf Freunde, ist einfach weg. Post ist jetzt für mich so. Ich habe mich sogar schon daran gewöhnt, damit ich mich nicht aufrege, dass bei mir nur noch jeder zweite Brief ankommt und ich einfach, wenn es nicht ankommt, nochmal irgendwo bei der entsprechenden Stelle anrufen muss. hier, Grüße. Können Sie das bitte mit einem anderen Anbieter losficken? Habe ich jetzt schon dreimal gemacht, kein Scherz. Ich bin ja mittlerweile sehr pragmatisch, was das betrifft, weil ich will einfach, es nur gelöst habe, ich kann mir mich aufzuregen, beziehungsweise geht es mir momentan zu gut, dass ich mich so viel aufregen will. Wunderbar. Bei uns ist das immer irgendwie umgekehrt, ich will immer, dass die Sachen eher mit der Post geliefert werden, weil da weiß ich, dass sie ankommen, wohingegen irgendwie Hermes und DPD und sonst irgendwas nie irgendwas ankommt oder das Zeug einfach irgendwo im Garten versteckt wird und man nicht weiß, wo es ist. Traurig. Ja, bedauerliche Einzelschicksale, ich weiß. Marvin, was hast du? Du hast bestimmt was. Was? Eine Empfehlung. Es ist echt schon spät jetzt gerade. Ja, ich habe auf jeden Fall die Empfehlung, ihr solltet auf jeden Fall das FIFA 20, die Hinti-Editionen holen, wenn die dann rauskommt, die EA FIFA 20. My Pro Evolution mit Hinti. Nein, 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 so weit wird es nicht kommen. Gibt es noch so ein paar Battles, ansonsten habe ich keine Empfehlung mehr. Ich habe doch eine Empfehlung, wenn dann endlich der Ringfuß rauskommt morgen Abend. Die WrestleMania Edition geben wir auf alles ein, was beim WrestleMania-Wochenende jetzt kommt, denn es gibt geilen Catch-Its die nächsten Tage. Es geht alles, alles geht. Bei NXT geht es richtig rund, voll Bock, zum allerersten Mal in den USA mein absolutes Idol zu sehen. Walter tritt an um den Titel, das wird richtig geil. Liebe Leute, schaut euch, googelt mal bei, macht mal bei YouTube hier den Walter-Clip von NXT so mal eine Minute, da wisst ihr ja mit, was für einem Tier ihr das zu tun habt. Ansonsten, ey, einfach genießen, chillt, geht bei dem schönen Wetter raus, hängt nicht im Internet rum, nehmt euch einen Podcast auf die Ohren mit, schlägt ein Eis und kuschelt euren Hund. Das ist viel besser als... Macht euch immer wieder klar, wie krass die Zeit mit Eintracht gerade ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist unfassbar. Damit können wir irgendwie kaum klarkommen. Ich bin froh, dass ich jetzt mal ein paar Tage Pause habe, um irgendwie zu realisieren, das, was wir gerade erleben, ey, du hast keine Ahnung, das ist die fucking beste Eintracht der letzten 20, 30 Jahre. Super. Ja, aber wenn ihr euch beim Eisessen unbedingt einen Podcast anhören wollt, dann nehmt nicht 93, das könnte Folgen für euch und für eure Umgebung haben. Warum? Weil eklig, oder was? Ne, weil nicht eklig, aber weil du einfach so unerwartet loslachen musst und wenn du dann gerade irgendwie lauter Eis im Mund hast, das könnte dazu führen, dass du dich entweder verschluckst oder dein Mitmensch, der um dich rum ist, mehr Eis abkriegt, als er vielleicht möchte. Ja, siehst du, aber da habe ich jetzt... Ja? Ja, Basti? Ich hatte vielleicht daran gelegen, dass wir auch einen sehr euphorisierten Gast haben. Wir haben Dr. Hüttl noch mal zu Gast gehabt, zur Nachbesprechung quasi, wir hatten ihn ja vor ein paar Monaten, da wo er über die Situation in Hannover berichtet hat, wie dieses ganze komplizierte Konstrukt um Martin Kinter rum aufgebaut ist und was da so falsch läuft und da haben ja jetzt Wahlen stattgefunden, die zumindest einen Aufsichtsrat hervorgebracht haben, der eher pro Verein ist, würde ich mal sagen, dementsprechend gut gelaunt war, hat uns ein bisschen so 45 Minuten, glaube ich, über die Situation aufgeklärt nochmal, so ein kleines Update gegeben. Ja, und danach sind wir immer wieder abgeschwiffen, man muss schon sagen, also wir waren bei Aufzügen, wir haben uns irgendwie zehn Minuten totgelacht über einzelne Wörter aus dem Buch, also es war sehr, sehr amüsant gestern, muss ich auch sagen. Liegt natürlich auch daran, dass zumindest ich und diesmal sogar die anderen beiden auch, weil Köln ist ja auch sicher aufgestiegen und Freiburg hat gegen Bayern einen Punkt geholt, also dass alle drei sehr, sehr gut gelaunt waren und derjenige, der Einzige, der nicht gut gelaunt war, nicht dort war. Also sehr positive Vibes in dieser Folge. Grüße. Dann habe ich auch noch eine Empfehlung und zwar die neue Fest und Flauschig, auch sehr, sehr gut. Das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr, aber kann man sich echt geben, war eine rundum gelungene Folge mit einigen Peinlichkeiten. Okay. Manchmal überlege ich mir, wie kann Olli Schutz es überhaupt schaffen, Frauen ins Bett zu bekommen, weil, naja, so ein Sexmonster ist er auch nicht. Aber es gibt einige Entdeckungen, die man in diesem Podcast dann macht, also schaut mal rein, hört mal rein. Also genug zum Anhören, das heißt, ihr habt kein Argument, nicht doch, wenn gutes Wetter ist, vor die Tür zu gehen, weil ihr könnt ja ganz viel noch mitnehmen und dann lohnen sich wahrscheinlich auch so Spaziergänge draußen gleich doppelt. Also von daher, nutzt die Zeit, geht raus, genießt das, was mit der Eintracht passiert ist oder passiert und dann würde ich sagen, machen wir den Sack an dieser Stelle für diese Woche zu und müssen Marvin und Basti in den Urlaub verabschieden. Die beiden Herren begeben sich auf USA-Reise und gucken sich Wrestling an. Von daher wird es hier die nächsten Wochen ein bisschen, weiß nicht, ob es ruhiger wird oder das werden wir noch sehen. Was hast du denn wildes geplant? Weiß ja nicht, weiß ja nicht, ob es wird anders. Jetzt sind wir mal nicht da, jetzt will der René rauf und Kuschelpalten machen. Ja? Ja. Ja. Verfall. Nein, wir werden ganz normal weiter senden die nächsten Wochen. Mal gucken, ob wir den einen oder anderen Gast oder die eine oder andere Gästin am Start haben. Oder du machst eine Einzelfolge, nur du. Oder ich rede einfach zwei Stunden hier alleine. Retro-Folge. Post aus Italien. Das wäre schon sehr gut. Ja, mal gucken. Vielleicht lese ich das DFB-Impressum vor oder was mir halt gerade so einfällt. Sehr gut. Mal gucken. Genau, aber von daher würde ich sagen, euch viel Spaß in den USA. Kommt auf jeden Fall wieder. und ja, dem ganzen Rest da draußen wünschen wir eine angenehme Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Viel Spaß mit der Eintracht und dann melden wir uns in der nächsten Woche in irgendeiner Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey! 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 That kind of on board. Hey! Hey! That kind of on board. Hey! 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 That kind of on board. Hey! 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 That kind of on board. Hey! 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 That kind of on board. Vielen Dank.